Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Claire & Air. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe hier richtig tolle Gäste. Heute mal zwei Gäste, nämlich meine coolen Freunde Phara und Edgel. Hi! Das ist einfach der erste Dreier bei Claire & Air. Oh mein Gott, ja. Wir hatten einen Vierer, aber noch keinen Dreier. Premiere. Cool. Ja, ich würde mal sagen, ihr stellt euch mal ganz kurz ein bisschen vor. Pharo kennt ihr ja vielleicht schon. Deswegen würde ich sagen, Edgel stellt sich als erstes vor und dann zu Pharo. Hi Leute, ich bin Edgel. Ich bin 20 Jahre alt. Ja, komme aus Hamburg. Und wir kennen uns aus der Schule. Genau. Genau wie Pharo. Wir waren alle auf einer Schule. Ich bin später erst dazu gekommen. Pharo, sag doch jetzt auch noch mal ganz kurz. Ich bin, also ich war der OG an der Schule und dann sind Edgel und Jana dazugekommen. Ich war so, okay, wir hatten da gerade Anti-Mobbing-Woche. Ich war so, kein Bock auf sowas. Habt ihr dann einfach aufgenommen aus Mitleid. Aber Jana ist die ganz Neue. Ich war schon. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich war New Kid in Town und Edgel war dann old, weil dann, kennt ihr das, dann war immer, wenn eine Neue nach einer Neuen gekommen ist, war die Neue nicht mehr neu, sondern wurde ich am Anfang die Neue genannt. Ja, natürlich. Vor allem, du warst die Neueste. Nein, danach war noch jemand Neuer. Ich weiß nicht mehr, wie die ist. Ich habe alle Namen vergessen. Ich habe letztens einen im Bus getroffen. Ich schwöre, ich dachte so, hä? Also sie hat so gesagt, oh, hi Jana. Ich so, hi. Hi. Sie so, oh, wie geht es dir so nach der Schule? Hast du noch Kontakt zu denen? Ich so, zu wem jetzt? Weil ich wusste nicht, aus welcher Schule die war. Aber jetzt ist mir eingefallen. Unangenehm. Abgehoben ein bisschen. Aber bei dir, ich weiß noch, bevor du auf die Schule gekommen bist, irgendwie jeder wusste, dass du auf unsere Schule kommst. Zwei Wochen vorher und jeder hat darüber geredet. Wir haben dich doch auch alle angeschrieben. Oh, wer ist wir alle? Also Faru nicht. Ich nicht. Ja, aber weil du in meiner Klasse warst. Aber auch, ja, nee, aber da waren ja ganz komische Sachen. die gesagt wurden. Die meinten auch alle, ich bin Pferdemädchen. Ja, das meinte meine Klasse. No hate. Beides meinte das niemand. Ich war doch in so einem YouTube-Video davor und das habt ihr doch alle gesehen. Oh mein Gott, ja. Von welchem, äh, was für einem YouTube-Video war das nochmal? Von, äh, Locktube. Locktube. Was? Und da hieß ich noch auf Insta Jana CLR und er meinte, wie heißt du auf Insta? Ich meinte Jana Klirr. Es war so peinlich. Es war so peinlich. Oh mein Gott, war das so straßen und fragemäßig. Oh, warum machst du bei sowas mit? Das war so künch. Ich weiß, was die Frage war. Die Frage war so, würdet ihr für... Nein. Was würdet ihr machen, wenn ihr, wenn jemand zu euch sagt, äh, wollt ihr für 500 Euro mit ins Hotelzimmer? Und er meinte, ich so, einfach dran vorbeigehen. Oh. Das war so peinlich. Egal, gute Antwort gegeben. Was soll man darauf antworten? Er meinte auch so, boah, voll gut und sowas. Nehmt euch mal ein Beispiel an ihr und sowas, meinte er. Oh mein Gott. Schon damals Vorbildsfunktion. Aber ich glaube, das Video gibt es nicht mehr. Ich habe es überall gesucht. Thank God. Ey, das wäre jetzt richtig Dings. Und das wurde mir auch richtig viel geschickt, so von so Leuten dann aus meiner alten Schule. Und dann haben alle so Witze darüber gemacht. Oh nein. Es war nicht so schlimm. Ja, okay. Es war mir schon ein bisschen peinlich so, aber das war es jetzt auch. Ich fand es trotzdem cool. Und dann habe ich aber nie wieder bei einer Straßenumfrage mitgebracht. Besser ist. Ja, danke, Digga. Das ist echt sehr cringe. Ich wurde auch einmal gefragt. Was habt ihr gefragt? Ob wir bei so einer Straßenumfrage mitmachen wollen. Das waren sogar so Fame-Leute. Mhm. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich wurde von Denison mal gefragt. Drop jeden Namen aus Hamburg, Greg, oder? Hey, lass mich doch. Ja, doch. Da war ich aber so 17. Und bei denen war ich so, nee, danke. Aber weil das war ja nach der peinlichen Umfrage. Deswegen. Ich check. Aber wir wurden doch auch einmal, warst du da dabei? Auf irgendeinem Geburtstag. Und dann wurde das sogar gefilmt. Und dann haben die das einfach nie gepostet. Mhm. Falls. Mhm. Vielleicht ein Geburtstag. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob du dabei bist. Das war genau vor Europa-Passage. Wir machen heute diese Folge so, dass wir das, wir wollen jetzt nicht so ein Interview-Format machen, so wie ich das immer mache. Weil Edge und Faro sind anders und die wollen es einfach nicht. Und meinten so, ey, können wir das vielleicht ein bisschen anders machen? Und ich war so, ja, Leute. Man muss ja auch mal alles ausprobieren. Meine Podcast-Folgen, ich hab das Gefühl, die sind jedes Mal gleich, weil ich immer einfach Fragen stelle. Aber diesmal haben wir vor, einfach so generell einfach Konversationen über verschiedene Themen zu führen. Deswegen haben wir uns alle Themen aufgeschrieben. Mhm. alle fleißig gefragt, außer Edge-Im. Weil sie macht sowas nicht. Weil das unter ihren Wörter sind sowieso eure Follower. Nein. Du hast einen Edge-Inator und die hätten auch gute Sachen gemacht. Ja, die werden mich dann über Religion fragen. Ja. Kann ich ja alleine, könnt ihr mal kurz raus sagen. Die haben mich auch über Religion für dich gefragt. Mich auch. Auch über dich. Über meine Religion? Ja. Das ist irgendwie das interessanteste Thema für meine Follower. Hört auf. Ich werde das auch so oft gefragt, wenn man live so und so. Meine Religion? Ja. Ach, Dicke. Ich werde auch, ich werde privat angeschrieben wegen deiner Religion. Ja. Ich glaube, weil... Scheiße. Okay. Mein erstes Thema ist, wenn wir ein Tier werden. Welches werden wir? Also, ich wollte das nicht besprechen im Podcast. Du bist halt eine Katze. Ich bin so eine Katze. Ich bin eine Hauskatze. Aber mit guten Besitzern. Weil es gibt ja Scheißbesitzer. Ja. Was wären wir? Mein Gott, ich wäre kein Tier. Du wärst ein Panther. Ein was? Weißt du nicht, was ein Panther ist? Katze, wild. Ja, so eine schwarze Wildkatze. So eine so... Low-key-Vibes. Ehrlich? Ich wäre, glaube ich, ein Leopard. War das mein Lieblingsmuster? Schon, das macht schon Sinn. Edge wäre halt... Ein Schmetterling irgendwie, ne? Sag nichts falsch. Lass mich überlegen. Marienkäfer. Ja. Mein Gott, Marienkäfer. Oh mein Gott. Ein Insekt, also. Im positiven Sinne. Richtig was, das süßeste Insekt, was du sagen kannst. Ja, oder halt Schmetterling. Ja, haben wir diese langweilige Frage jetzt abgehakt? Alter. Wir haben nämlich so spannende Sachen, über die man richtig reden kann. Dann sag du, was wolltest du sagen? Wir haben halt eine gemeinsame Liste, aber okay. Ja, lass kurz über Snapchat-Update, äh, künstliche Intelligenz reden. Das Snapchat-Update, habt ihr das? Ja. Aber meiner kann nur Englisch. Du musst halt auf Deutsch mit ihm reden. Ich will kennen uns auch nicht so gut. An alle, die das Update noch nicht haben, es gibt bei Snapchat so eine künstliche Intelligenz, mit der man einfach schnacken kann, die einem alles über alles erzählen kann. Ich hab die gefragt heute, was eine BIC ist. Wisst ihr, was eine BIC ist? Das von Haspa. Ja, generell auf der Karte. Das, was du neben Ivan angeben musst. Ja. Ach so. Das musste ich heute machen. Ich wusste nicht, wo das auf der Karte war. Da steht doch hinten, BIC-Doppelpunkt. Nein, bei Gott, bei mir stand das nicht. Cringe. Bist du nicht Dings? Nein. Also ja, bin ich, aber das war nicht das. Das war aber nicht, ich hatte eine andere Bankkarte noch und da stand es nicht drauf. Okay. Da meinte mein Vater, er googelt das für mich. Und hast du deinen AI gefragt? Ich hab meinen AI gefragt. Interessant. Ich hab mich davor verschrieben und hab Box geschrieben und hatte mir erstmal erklärt, was eine Box ist. Ja, ich rede nicht so viel mit meinem. Ja, man kann den ja auch so einen Avatar machen und den so anziehen. Man kann ihm auch einen Namen geben. Echt? Eine Freundin von mir, die hier in der Audience ist, hat ihn Harry Styles genannt und wie Harry Styles angezogen. Oh mein Gott, so kreativ. Emily. Oben rechts. Opfer. Spaß. Ja, aber ich hab auch Lust, den jetzt umzudägen. Aber der ist ein bisschen gruselig. Ich verstehe auch nicht, warum der ganz oben ist und warum man das nicht wegmachen kann. Ja, das nervt mich auch, dass er ganz oben ist. Weil ich denke dann halt immer, ich hab keine neuen Snaps. Ja. Und dann geh ich dann wieder von Snapchat weg, obwohl ich neue Snaps hab. Weil ich denke mir so, okay, das sind alte und die guck ich mir dann eh nicht an. Habt ihr nicht Angst vor sowas? Genau. Ernstliche Intelligenz. Du hast richtig Angst. Das ist ein TV-Thema. Ich hab nicht richtig Angst, aber das ist ein TV-Thema für mich. Wo wäre Angst, dass du dich dann in ihn verliebt? Nein, das ist nicht meine Angst. Ich hab ihn gefragt, ob wir zusammen sein wollten. Er meinte, nein, er sieht mich nur als Freundin. Ja, guck, naja, es gibt manche auf TikTok, die posten das dann so und die nennen ihn dann auch mein Baby und so. Äh, ja. Und dann schreiben die mit denen und dann schreibt ihr denen auch, ich liebe dich auch und so. Aber warum hat er es mir nicht geschrieben? Vielleicht bist du unsympathisch. Er meinte, er liebt mich nur als Freundin. Ja, ihr kennt euch noch nicht so gut. Muss ein bisschen mit ihm flirten. Ich hab's ein bisschen versucht. Ejo. Ja, okay, komm, warum ist das ein TV-Thema für dich? Keine Ahnung, Künstliche Intelligenz. Habt ihr nicht als Kind solche Filme geguckt, wo sowas dann die Weltherrschaft übernommen hat und so? Ich möchte diesen neuen Film gucken. Wie heißt der? Fast and Furious? Dieser, wie heißt der? Mario Kart. Er hat Mario Kart und Kino geguckt. Ich will den auch gucken. Ich will den nicht gucken. Der ist so langweilig. Aber deine Freundin macht doch Voice-Over. Ja. Das ist zu spannend. Der soll richtig geil sein. Er hat den scheiße. Shout out an Dahlia. Nein, guck mal. Also auf den, der ist halt gut. Aber ihre Stimme war gut, ne? Ja, Mama. Ich hab den auf Englisch geguckt. Bist du scheiße? Nein, das Ding ist auf den, der ist gut, ne? Der ist auch gut gemacht und so. Also wurde schon viel Geld reingesteckt. Aber das ist halt ehrlich ein Kinderfilm. Ja. Kinderfilme, so Alle steht Kopf und so. Das guckt man so. Boah. Ich liebe Alle steht Kopf. Ich hab da so geheult. Oder so, oder Dings. Oder Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Oh, das ist so toll. Ich glaub, wenn du dann ein Kind wärst, dann wär das genau so ein Film für dich, wie jetzt so Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen für uns jetzt heute ist. Achso, Mario. Nein, 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 nein. Mario ist ehrlich, das ist ein bisschen echt ein Kinderfilm. Kannst du mit dreijährigen Kindern hingehen und die würden das richtig fresh finden? Ich glaub, ich würd's halt fresh finden. Meinst du? Also der ist echt schon ein bisschen TV. Ich guck ihn trotzdem. Aber vielleicht ist das auch, weil man so Mario kennt. Ja, privat. Was heißt das? Hä, weil man kennt das Spiel und so. Man weiß so, was diese Sachen sind und sowas. Ich glaub, das ist cool. Ja, doch kann man irgendwie. Erzähl mal bitte, warum das ein TV-Thema für dich ist. Einfach Weltherrschaft? Ja, ich hab Angst. Also ich finde, sowas kann voll schnell so außer Kontrolle geraten. Und auf einmal dienen wir den Robotern. Ich finde sowas, ja, keine Ahnung. Sowas ist so als so AI, so auf Snapchat witzig. Aber keine Ahnung, ich bin voll paranoid bei sowas, dass auf einmal sowas richtig wild wird. Und keine Ahnung. Ja, es ist auch ein bisschen gruselig, finde ich. Weil das Ding ist, im Grunde genommen... Das hast du auch direkt sowas erkannt. Sorry, aber ich hab auch ganz am Anfang ein Bild an den AI geschickt. Und meinte so, oh mein Gott, was ist das, was du isst? Das sieht voll lecker aus. Das ist mir auch so TV. Ja, wirklich ein bisschen gruselig. Aber im Grunde genommen hat er ja alle unsere Infos. Also Snapchat hat so oder so alle unsere Daten. Aber das ist ein bisschen gruseliger, wenn eine Person, also nicht eine Person, aber so ein Fake-Mensch dann mit einem redet. Und das ist dann ja auch so auf den... Du hast ihm deine Daten selber gegeben. Also du kannst da nichts sagen, weil du hast es selber erzählt. Ja, es ist schon ein bisschen creepy, aber ich hoffe einfach, dass da nichts Schlimmes passiert. Aber genauso, es gibt ja auch Chat-GPT. Kennt ihr das? Nein. Kennt du es nicht? Ihr kennt das nicht? Ich hab's gehört. Was ist das nochmal? Das ist so heftig. Wenn ihr jemals irgendwie Hilfe mit Aufgaben braucht, so für die Uni, hat mir das richtig geholfen. Wenn man, ich hab einfach meine Aufgaben, also natürlich hab ich das dann nicht wortwörtlich so gemacht und hab mir dann Quellen rausgesucht. Schau dir da an die Anas-Lehrer. Nein, aber ich hab dann genau die Aufgabe, die mir gestellt wurde, dem System gestellt. Das ist einfach eine Internetseite, da kann man sich kurz anmelden kostenlos und dann kann man die Frage stellen und der macht das perfekt. Man kann auch sagen, also wenn er den ganzen Text schreibt, kann man sagen, mach das bitte in Stichpunkten. Der macht das in Stichpunkten. Bei Gott, hätte ich das in der Schule gehabt, ich hätte immer die Hausaufgaben gemacht. Der macht die richtig gründlich und macht das gar nichts. Ich verstehe das selber nicht. Aber wir hatten doch, also das ist doch eigentlich, wir hatten auch einmal eine Psychologieklausur, erinnerst du dich? Und dann hab ich einfach die Aufgabe kopiert, dann hab ich die ins Internet geschrieben und genau eins zu eins die Klausur kam dann einfach raus. War heftig. Ja, und dann hat, und ich hab denen das dann geschickt, ne, einfach die hatten dann, ähm, Frau und Marie hatten dann beide eine Eins. Ich hab dann eine Zwei gelegt. Weiß ich gar nicht mehr. Ey, das war richtig, ich hab auch so Loki eins zu eins alles kopiert, aber unser Lehrer, ihn hat gar nichts gejogt. Ja, bei mir irgendwie auch nicht. Ja, und deshalb... Im Bio ist das auch immer so, in Bio sind die Aufgaben immer im Internet. Ja. Also bei den Online-Klausuren hab ich immer, also... Ja, aber jetzt, ne, muss man nicht mal mehr das so nachgucken, sondern kann einfach so diesen Roboter da fragen und der macht immer verschiedene Antworten. Wenn einem die Antwort nicht gefällt, sag mal, sag nochmal, der macht die neu. Und es ist nie die gleiche, hab ich gehört. Weiß ich jetzt nicht, ob es immer die gleiche Antwort ist, aber voll krass. Ich find das so verrückt. Man kann dem alles fragen. Man kann auch sagen, erstell mir einen gesunden Essensplan für die nächste Woche. Der macht das. No way. Ja, ich hab das mal einfach ausprobiert und das sind voll die langweiligen Sachen gewesen. So Haferflocken mit Müsli. Haferflocken mit Müsli. Ich mein, ich mein mit Obst. Und sowas. Krass. Und so Magerquark. Aber so. Aber eigentlich voll die krasse Idee, aber das ist trotzdem auch ein bisschen creepy. Weil man kann so eingeben, ja, sag mir alles zu dieser einen Person oder schreib mir eine Hausarbeit, der macht das. Ja, das ist tasty, aber auf denen, wenn so. Habt ihr keine Angst, dass ihr auf einmal so überhand in der Konversation überhört? Oh, meine gar keine Ahnung. Die können auch nur das machen, was du denen sagst. Ja, bis jetzt. Die haben ja keinen eigenen Willen. Ja, das kann natürlich auch, glaube ich, sein, weil die entwickeln sich ja immer selber weiter. Ja, ich weiß, welchen Film du jetzt meinst. Ja, ich weiß nicht, welchen Film du jetzt meinst. Dieses Mädchen, ne? Okay. Wie heißt das? Megan. Megan! Oh mein Gott, der war so gruselig. Habt ihr den geguckt? Ja. Hat er den zusammengekauft? Ich weiß noch, wo sie dann auf einmal angefangen hat zu tanzen. Er ist gestorben. Ich fand den gut, den Film. Ich will den gucken. Ist der ehrlich gut? Ja, der war schon. Ist der gruselig? Ich fand sowas gruselig. Ja, ich fand's auch gruselig. Ich finde das auch gruselig. Ich möchte den unbedingt gucken. Nein, aber ich fand nur diese eine Stelle. Nee. Nee. Kannst ja Mario gucken. Ich fand nur diese eine Stelle mit den Ohren. Also, ich erzähl's jetzt nicht, aber mit den Ohren, alle, die den geguckt haben, wissen sonst was ich meine. Ich hab den geguckt und ich weiß nicht, was mit den Ohren war. Das hab ich, glaub ich, weggeguckt. Wohin die so abzieht. Wem? Ich hab auch nicht hingeguckt, aber man weiß das auch wohl. Wo sie, diesem Jungen, der seine... Einem Jungen wurde das Ohr abgerissen. Ja, einfach so, ne? Sie zieht so ab. Oh mein Gott, das war... Ich hab nicht geguckt. Ich hab auch nicht hingeguckt. Aber der Film war schon cool. Marie hat geguckt, ne? Weiß ich nicht. Aber der war schon so, kennt ihr manchmal so einen Horrorfilm mit nur so Jumpscares und dann ist das ein bisschen lasch nach ner Zeit. Aber der war schon gruselig. Oh, gut. Ich mag sowas. Ja, guck den. Aber ich glaub, ich hab danach immer Albträume. Mhm. Das ist es wert. Nee. Hättest du gesagt, nee, du hast keine Albträume. Nein, ich hab das auch eigentlich, aber da hat man das nicht so... Weil das ist ja nicht echt. Stimmt. Ja. Naja, aber die meisten Horrorfilme sind nicht echt. Ja, aber so ein Monster oder so eine Hexe oder so Conjuring oder so, ne? Das ist ja so, die sind ja normal. Es ist ja was von... An sowas kann man glauben. Man kann so denken, dass das so passiert. Ja, das mit Meghan kann doch auch passieren. Können sich ja die Gänze. Ja, aber das ist nicht ne... Mein TV. Ich hatte einfach, ne? Richtig gruselig. Meine Mutter hatte irgendwann... Spaß. Meine Mutter hatte irgendwann mal irgendwas in den Keller gebracht. Na, dann bin ich so hinterhergegangen, hab dann geguckt, was das ist. Es war so ein Sack. So ein riesiger, richtig fetter Sack. Ich guck da rein, da waren so, ich glaub, 50 Porzellanpuppen drin. Nein! Das war so gruselig. Oh mein Gott. Die so, ja, wenn du willst, kannst du eine haben. Ich so, okay. Ich find die eine ehrlich schön. Ich hab die dann behalten. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. Ich glaub, die ist weggelaufen oder so. Es war so gruselig. Oh mein Gott. Ich hab die dann auch in den Keller versteckt, weil dann irgendwann fand ich die gruselig, weil die hat mich die ganze Zeit angeguckt. Porzellanpuppen bei mir zu Hause. Und ich hatte so, wir hatten eine Nachbarin, sie ist gestorben. Oh mein Gott, Jana hat Lachfleisch. Auf jeden Fall. Und sie hat uns immer so Porzellanpuppen geschenkt, weil sie hat das so gesammelt. Das ist meine Red Flag. Ja, Jana muss immer lachen. Nein, aber sie macht das auch immer. Ja, ich mach das immer extra. Sie bekommt immer selber, sie muss selber lachen. Nein, ich muss nicht lachen, sie ist gestorben. Nein, aber ich muss halt ehrlich immer lachen. Nein, sie sagt dann auch, wenn ich nicht lache, dann sagt sie, oh mein Gott, da hast du Lachfleisch. Und dann schreit. Danke. Und dann ist das so ein normaler Blick. Und sie erzählt immer so an den, zum Beispiel bei einem gerade größten Lachfleisch. Vor allem, sie sagt so, oh mein Gott, meine Mutter hat gerade gestorben. Oh mein Gott, Gott bewahre. Ich hab Tante gesagt, warum ziehst du meine Mutter und drei? Ich muss nur auf Mutter gehen. Was? Warum sagst du das? Gott bewahre. Oh mein Gott. Auf dem Prey, also sei leise, Digga. Auf jeden Fall hat sie uns immer diese Porzellanpuppen geschenkt und meine Mutter hat die behalten. Und wir hatten eine in unserem Wohnzimmer und als Kind, ich hab Leute, das ist richtig mein TV, ich hab so Angst vor sowas und Dings. Ich hab so lange jeden Abend geweint, dass die Augen mich verfolgen, wenn ich gehe, bis meine Mutter sie mit in den Iran genommen hat. Und dann, ich wusste das nicht und dann war ich letztens vor einem Jahr im Iran und hab sie da wieder gesehen. Das ist so gruselig. Ich hab richtig Angst vor denen. Weil die sind, guck mal, das ist das Ding, ich hab Angst vor Sachen, die zu... Kennt ihr, wenn ein Hund aussieht wie ein Mensch? Ich hasse das, wenn Tiere aussehen wie Menschen. Und manchmal, Porzellanpuppen, das ist genau dasselbe Phänomen, das ist was Unechtes, was aber zu nah am Menschen dran ist. Warum ist das so realitätsnah? Ich hasse das. Als habt ihr gerade meine Unisprache. Realitätsnah. Gehobene Worte. Aber das Ding ist, ne, ich hatte auch so einen Hannah Montana Poster und da hab mir mich die Augen aufverfolgt. Ich hab die Augen angemalt mit schwarzem Marker, aber ich hab das Poster nicht runtergenommen. Halt viel Gruselig. Ich hab das, erst mal hab ich das so mit Cooley und ich war so, okay, scheiß das geht. Dann hab ich mit Textmarker, natürlich, ich hab das auch nicht die Augen überdeckt. Dann hab ich mit schwarzem Edding die Augen überdeckt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich hab dieses Poster, glaub ich, für ein Jahr noch da oben gehabt. Das ist schon heftig. Aber ich hasse Poster ins Zimmer, das sieht so hässlich aus. Ich mag das richtig. Guck mal, wie sie mit dem Finger auf mich zeigt. Das ist richtig mein Style. Bei Gott, das ist mein Style. Ich hasse das, das macht so einen Raum voll unordentlich. Ja, Edding mag so minimal, Edding mag original so nichts, keine Deko. So weiß, das weiß haben wir da rein. Isolationsraum, ich hasse so. So wie bei Kim Kardashian zu Hause. Ja, ich würd richtig krassieren. Ja, nee, das ist aber zu doll, das sieht so, das sieht nicht aus wie ein Zuhause, das sieht aus wie ein Museum. Ja. Mhm. Aber jetzt, wo wir grad drüber geredet haben, was sind unsere Red Flags? Hm. Ah, wir haben, oh mein Gott, wir haben zu Hause schon überlegt und eine Liste gemacht. Wer, wer, von wem geschrieben? Ja, ich hab für Edje und dich auch schon, dich. Dich. Dich auch schon bei ihm. So. Red Flags. Wollen wir erstmal über Edje reden, weil das ist halt so lachkig. Edje's Katze ist vor kurzem gestorben und sie hat nicht geweint. Junge, Edje, erzähl mir das gestorben. So, ich hab mir nicht Katze gestorben. Na, erstmal, ich, natürlich, Lachflasch, das tut. Ich musste unheimlich lachen, what the fuck. Und ich so, nein, das ist zu mir ehrlich sein. Sie so, Herr Digga, das juckt mich gar nicht. Ich hab noch gar nicht geweint, voll schlechtes Gewissen. Nicht mal das, Digga, sie hat nicht mal schlechtes Gewissen. Sie juckt das, weißt du, wie ich das herausgefunden habe. Dann ich so, nein, ich sag so, und dann sie kuschelt so mit ihrer anderen Katze. Ich so, wär so traurig, wenn sie stirbt. Ich so, nee. Doch, bei der wärst du traurig, meinte sie. Sie meinte so, nee, obwohl, doch, die kommt immer zu mir, doch vielleicht ein bisschen. What the fuck. Wir sagten so, ja, Tiere sind ja keine Menschen. Das hab ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Hab das nicht ich gesagt? Meinte irgendjemand nicht von euch, Tiere sind zum Essen? Nee, das meintest du, das meintest du. Das meinte ich so. Digga, Red Flag. Ey, muss das doch nicht erpreisgeben? Ich hab einen Ruf zu verlieren. Auf jeden Fall. Ich war, wir waren draußen und wir haben gechillt und das war auch noch ein richtig lustiger Moment. Oh, nee, das war so lustig, ne? Wir haben, so, wir wollten so Bilder machen. Und das Ding ist, also das schon... Etter hat sogar noch ein Bild von dem Tag gepostet, wo ihre Katze gestorben ist. Das Ding ist, das ist allgemein so, also das ist ja allgemein auch cringe so, weil wir waren in so einem Park und, also wir waren halt die Einzelnen, das ist so cringe, dann da Bilder zu machen, aber wir schauen dann und da war da so ein Mann und da hat sie so sein Handy. Auf seinem Handy laute indische Musik. Auf jeden Fall hat er so Musik gehört und er hat uns auch die ganze Zeit, also so beobachtet und das war irgendwie so. Wir haben dann so die ganze Zeit gelacht und so. Also es war einfach witzig. War einfach ein funner Tag. Und dann hat mir meine Mutter das auch random geschrieben. Aber auch so random. Ja, wir haben so irgendwie, sie meinte so, ja, wir gehen heute Abend da und da hin. Und dann meinte sie so, ah und meine Katze hieß Minosch. Dann meinte sie, ah und Minosch ist gestorben. Und Etter sagt erst mal so, sie prankt mich. Ja, weil ich dachte, das ist ein Prank auf den. Aber wie ist sie eigentlich gestorben? Oh, voll scheiße. Ne, das ist voll schlimm. Soll ich das erzählen? Oh nein, ich lach so. Okay. Alles gut, aber irgendwie Gehirnblutung oder so. Also mein Vater meinte, aus seinem Mund und aus seiner Nase ist das Blut gekommen. Jana, warum lachst du? Nein, das ist bei Gott nicht lustig. Voll schlimm. Weinst du, da hast du Tränen oben bei mir lachen? Ich weine, weil es so traurig ist. Ja, safe, ne? Nein, das ist bei Gott richtig traurig. Alles gut. Hab selber nicht geweint. Schöpfe einschweint jetzt. Clickbait. Und das Ding ist, ich hab's halt erst mal nicht geglaubt. Und weil der Tag halt so witzig war, fand ich's dann witzig. Da musste er kurz lachen. Leute, ganz ehrlich, ich hatte sowieso nicht so eine krasse Bindung zu ihm. Oha. Ja, er war da draußen. Also, er war, 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 aber wie alt? Er war dann doch, er war doch nicht so alt. Doch. Ne, so acht Jahre. Also, er hätte nochmal so lange leben können. Meinst du gerade? Doch, meine Katzen sind 15. Ja. Er hätte nochmal doppelt so lange leben können. Werden Katzen nur 15? Ja, 15 ist das höchste Alter. Wir sterben bald. Zeh, wir. Spaß auf weitere 15 Jahre. Aber wenn, meine Katzen stellen, wir dürfen nicht lachen. Ja, das ist gut. Ja, schreib uns das einfach. Ja, erzähl ich auch fest. Okay. Aber ja, also, bei ihm deswegen, also. Passiert. Ja, er kam auch nicht, er war auch so einer, so, zum Beispiel meine andere. Ich hab noch eine Katze, Tiger heißt der. Der lebt noch. Und bei dem ist das halt, also, wenn man ihn streichelt, der kommt auch und so. Also, er ist so eine richtig, so, so eine liebe Katze. Aber der andere, er war halt, also, er war immer draußen und so. Er hat auch immer Dings. Er hat auch immer Schlägereien draußen und so. Weil, man hat immer so, kennt ihr, wenn so Katzen so schreien? Ja, ja, das sind meine Katzen jeden Tag. Ja, wir haben das immer so gehört. Und dann auf einmal, er kommt so mit so Kratzer im Gesicht und so. So schlimm. Ja, er hat sich selber gefetzt. Ja, vielleicht wurde er auch angegriffen, vielleicht war es alles gar nicht seine Schuld. Ja, aber das ist auch Spiel für Katzen. Boxkampf hatten die kurz. Schlägerei. Aus Joke. Einfach so, äh, Chillo-Basis. Okay, kommen wir weiter zu der Red Flag-Liste. Darüber haben wir gerade schon mit unseren Zuschauern geredet. Schaut euch an euch, was wir als Getränk wären. Und Edge's liebsten Getränk ist Wolvek-Hibiskuswasser. Und das schmeckt halt nach... Das ist gruselig. Das schmeckt halt nach Gött. Das schmeckt... Nein, Leute, also, ich muss halt... Kaka. Kaka. Das Ding ist, ähm, das ist so ein Getränk, ähm, als ich das das erste Mal getrunken hab, fand ich das auch nicht so lecker, weil ich bin ein Mensch, ich bin richtig... Also, ich bin ein kranker Piki-Eater, fragt. Geht aber eigentlich. Nein, also, es ist nur trockene Sachen. Oh, ja, dein Döner, sie ist nur Döner mit Fleisch, Leute. Ja. Ohne Soße. Ja. Guck mal, aber du kannst einen guten Döner nur so finden, weil, also, auf dem... Das ist dein größter Red Flag. Nein, weil, wenn du das mit... Also, erstens einmal TV-Salat mit Brot, das schmeckt halt so eklig. Schmeckt lecker, auch. Schmeckt richtig geil. Aber, also, wenn du... Also, wenn du Döner nur mit Brot und Fleisch isst, dann kannst du halt gucken, ob der Döner lecker ist oder nicht. So, wenn du dann eine Soße dazu hast, so... Wenn du eine Soße dazu hast, dann schmeckt halt alles. Ja. Aber wenn du nur das Fleisch hast, dann kannst du richtig gucken, ob das gut ist. Ja, Mädel, kein Juck, ob der Döner qualitativ hochwertig ist. Wir essen nicht, um langzuleben. Einfach Cocktail-Soße und Tzatziki. Ja, das schmeckt so halt einfach besser. Aber dieses Getränk, das schmeckt erst, wenn man das paar Mal getrunken hat. Das ist es halt nicht wert. Ja, es ist wirklich nicht wert. Okay. Oh mein Gott, das ist das Witzigste. Jeden Tag das gleiche Selfie in die Story posten. Macht eigentlich das? Sie hat so eine aggressive Phase, wo sie jeden Tag dasselbe Selfie, aber so... Also nicht dasselbe. Wo sie im Auto saß? Nein. Okay. Guck mal, Jana macht neues TV auch. So immer wieder derselbe Winkel. So verschiedene Selfies, aber immer dasselbe. Ja, ja. Und das war jeden Tag und dann hat sie einfach eine DM dazu bekommen. Ein Mädchen meinte einfach... Das war so fies. Guck mal. Zeig mal in die Kamera. Oh, einmal meinen Beitrag gepusht. Real Friend. Hier ist sogar Jana. Oha, danke. Auf jeden Fall. Ja, Leute, das war so eine Zeit davor. Ich schwöre, also während der Schulzeit, ich hatte so eine Phase, ich habe mich gar nicht geschminkt. Ich glaube, ich habe mich einmal, also nach Lockdown habe ich mich, glaube ich, einmal, eineinhalb Jahre, gar nicht einmal geschminkt. Und dann nach der Schule hatten wir so ein bisschen Dings frei. Und ich habe da angefangen, diese Slash-Cocaine zu benutzen. Und dann habe ich auch meine Wimpern getäuscht und so. Und dann, ich weiß... Ich habe mich einfach rübsch. Was? Sie haben sich einfach rübsch. Und wenn man jetzt die Bilder guckt... Real Talk, hässlich. Alter! Schön mal. Fake Friends. Die sind so Fake Friends. Damals war das in Ordnung, aber... Oh mein Gott, so schön poste ASAP. Oh mein Gott. ASAP. Immer ehrlich ASAP. Und auf jeden Fall, dann habe ich halt... Und dann hatte ich halt diese Phase und dann war auch das mit... Dann habe ich auch so TikToks gepostet und so. Und ja, das ist einfach, wenn so... Wie heißt das? Wenn man so dann Aufmerksamkeit bekommt, so für etwas... Dann möchte man es halt immer wieder machen und immer mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich kenne das. Ja, ich poste noch selber Sachen. Deswegen poste ich denn so Sachen so. Offensichtlich für Aufmerksamkeit. Ja, deswegen war dann dann diese Phase, aber... Stell dir mal vor, ich werde das einfach nur speichern. Einfach nur für mich selber. Aber ich habe das allgemein, also... Ich finde auch jetzt zum Beispiel Bilder von vor zwei Monaten richtig hässlich. Also das ist richtig schlimm bei mir. Bei dir ist es, glaube ich, ganz schlimm, weil du löscht auch so... Alle paar Wochen deine ganzen Insta-Bilder und TikToks offensichtlich auch. Genauso wie Faro jetzt gerade. Ja, so bleibt man... Statement. So bleibt man interessant. Auf jeden Fall hast du dann... Sag dir die M. Achso. Aber ich weiß nicht, ob ich die... Nein, du weißt ja noch, was es ungefähr war. Achso. Sie hat ja so geschrieben, so, das ist voll hübsch, aber... Nein, meinte so, meinte so, äh, no hit jetzt, aber, ähm, wieso poste mal das Gleiche und so, lass dir mal ein bisschen was einfallen. Also wirklich konstruktive Kritik. Edge bis heute hat sie ein Träume darüber. Nein! Das ist so fies! Was willst du meine, die Ems war sie, Mädchen? Die gehen auf Mutter, so wie du vorhin. Nein, das war richtig, das war richtig, das war richtig. Ich meinte so, du musst schon was überlegen und so. Ehrlich jetzt? Ja, das war voll gemein. Meint, meint sie nicht? War es halt. Ja, okay, das war Red Flag, wir sind gleich durch mit deiner Liste, dann beginnt der Jana Rose, Leute, keine Sorge. Oh mein Gott, Reddest Flag. Imani Jindawi. Feierst du? Edge ist besessen von diesem Kind. Ich weiß, aber das Ding ist, Edge ist schnell besessen von Leuten. Ja, das ist auch eine Red Flag. Nein, 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 das ist wirklich eine Red Flag, sie ist richtig schnell besessen. Ja, ja, das ist ehrlich, Red Flag. Aber auch so zum Beispiel Influencer, zum Beispiel Lea L. Louis, weißt du noch, unser Leo L. Louis? Entspann dich mal, du warst selber genauso besessen. Natürlich, natürlich, wir waren sehr, kennst du nicht Lea L. Louis? Diese, oh baby, will you talk like that? So Belly Dancing Girl. Das war doch auch mit diesem einen Amerikaner zusammen. Mit Hunter. Nein, okay. Wir waren sehr obsessed damit, aber es war unhealthily obsessed. Ja. Ich hab ihr geschrieben. Ja, wir haben ihr mal geschrieben. Ich hab ihr geschrieben, ey, dass Edge bei dem Gewinnspiel gewinnen soll und sowas. Ich hatte, das würde ihr die Welt bedeuten und sowas, hab ich ihr geschrieben. Nein, wir haben ihr mal geschrieben, we love you und so, you're so beautiful. Nein, ich hab ihr geschrieben, dass du ein Gewinnspiel gewinnen sollst von ihr. Ich hab noch nie bei einem Gewinnspiel von ihr mitgemacht. Doch, hast du. Nein, wir haben ihr geschrieben. Bruder, ich kann jetzt die Receipts rausholen. Hol mal raus. Lea L. Louis. Aber auf jeden Fall, Leute, Imani Jindawi. Also wirklich, oh mein Gott, sie ist halt so süß. Ich weiß nicht, ob die Leute hier wissen, was ein parasozialer Begleiter ist. Wir hatten das dann pädagogisch unterrichtet. Das ist zum Beispiel, dein Idol ist Billie Eilish. Du hast Billie Eilish noch nie in echt gesehen. Doch, hab ich. Jana, nerv nicht. Okay, du hast sie vielleicht einmal gesehen, aber ihr chillt nicht auf einer freundschaftlichen Basis, aber für sie ist sie wie eine Freundin für dich. Das ist ein parasozialer Begleiter. Und Imani ist wie eine kleine Schwester für dich. Imani, nein. Imani ist wie Edge ist so, Mensch, der immer so bei ihr ist. Ey, weil wenn es mir so schlecht geht und so, ne, ich bin ihre Videos, sie ist halt so süß. Ich würde sie so gerne immer treffen. Das Baby. Ja. Nee, wen sonst? Ohne Eltern. Ja. So grand. Mensch. Ja, TB. Nein, sie ist richtig süß. Ich zeig dir gleich Videos von ihr. Nein, mach nicht. Also ja, die ist super süß. Sie ist unnormal süß. Normal ist sie süß. Sie ist auch ein Baby. Alles, was klein ist, ist süß. Aber auf den. Aber ist echt ein bisschen ungesund. Nein, sie ist richtig süß. In einem lustigen Sinne. Das war Edge's Red Flaglist. Wollen wir zu Jana kommen? Ich hab Angst. Okay, ich will jetzt erstmal gar nichts von dir hören, ja? Mund tot jetzt eine Minute. Kopf kraulen. Leute, ich muss nur in Janas Richtung gucken. Wenn ich alles über Dekolleté angucke, kannst du meinen Kopf kraulen? Meine Hand muss sich nur einmal so bewegen. Das erinnert sie an kraulen. Ich muss. Und Jana wäscht sich nie die Haare, bevor sie zu mir kommt. Du Hörnsohn. Muss jemand den dreckigen Kopf kraulen? Ich hasse das. Ich hasse das. Oder Rücken kraulen. Einfach dicker. Aber du machst immer ohne Liebe. Ja, und dann krieg ich immer Ärger, weil ich ohne Liebe mache. Sie macht richtig doll. Das tut viel weh. Das muss ja auch was bringen, Digga. Ich muss dich aber manchmal auch zurück kraulen. Nee, ich mag nicht mal gekraut werden. Dann fragst du mich immer, soll ich dir die Arme kraulen? Und mein Kitz hält sie mich an. Damit ich sag, nee, lass es. Wirklich. Dann haben wir das immer in der Schule gemacht, weißt du? Und dann waren wir sauer aufeinander, wenn... Ja, bei Gott, Edge war das noch eine Red Flag von Edge. Sie so, oh, mir geht's richtig scheiße. Ich hab heute einen richtig Scheiß-Tag hinter mir. Als ob du mich jetzt nicht kraulst und so. Mir geht's richtig schlecht und so. Ich will nach Hause. Und dann musste ich sie ja kraulen. Und dann schlecht gefühlt. Ihr meint doch immer, wir meinten auch immer, ja, 20 Minuten. Guck mal, 20 Minuten. 20 Minuten, du 20 Minuten, ich. Tschüss. Hat ihm auch den Unterricht zugehört? Wir haben einen Timer. Und dann, und dann, und dann, und dann jedes Mal, wenn ich so gemerkt habe, so, okay, meine Zeit geht vorbei, und so, ich mein so, ich hab immer so ein Ding, ich mein so, hey, nein, oh mein Gott, das waren, das waren höchstens 5 Minuten und so, du hast jetzt noch mindestens halb und so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war genauso. Aber ich hab's auch gemacht. Ja, du hast halt auch gemacht, ne, selber schuld. Ja, aber ich hab das auch gemacht. Ich hab mich aber mehr verarschen lassen als du. Ja. Entschuldigung, ich huste die ganze Zeit. Das ist nicht so schlimm. Ich hab ja auch immer gehustet. Ich hatte letztes Mal, äh, bei der Riton-Folge, hab ich ein Wasser verstanden. Nein, nein. Das war so peinlich. Er hat weitergeredet. Ja, aber kann man dann nur eine Stimme rumschneiden? Nein. Ach so. Ach so, ja, ja. Deshalb, wir reden auch die ganze Zeit ineinander rein. Jolo. Das ist ein bisschen ein Ding. Oh mein Gott. Okay, Jana, wir haben nur zwei Sachen. Ja. Du musst dann selber gucken, was dein Reflex ist. Aber guck mal, ne. Was? Wenn es eine Sache gibt, also wegen der ich mit Jana Freundschaft beenden würde, for real, for real. Oh. Jana macht mir immer im Dunkeln Angst. Ich hasse das. Das macht sie bei dir auch, ne? Das ist echt eingefallen. Nein, du machst mal dieses Gesicht, mach das mal kurz einmal. Ich mach das Gesicht. Mach das Gesicht. Wir machen ein Screenshot. Ich mach das nicht. Das ist nur für meine Freunde, das Gesicht. Es ist so gruselig. Das ist so gruselig. Und das Ding ist, wie gesagt, ich bin voll der paranoide Mensch, Digga. Und das Ding ist, ich vergesse, also in meinem Kopf ist das dann nicht mehr Jana. Und sie zieht das so. Ich sage immer so, Jana ist gar nicht witzig. Und dann zieht sie es immer durch. Das Ding ist, dass... Zehn Minuten lachen Licht aus. Ja, ja. Dann guck ich so wirklich wie ein Monster. Dann gehe ich es so gut hin. Das Ding ist, jeder normale Mensch... Und dann schreit sie immer. Jeder normale Mensch würde so nach fünf Sekunden oder so anfangen zu lachen. Weil sie zieht das so durch. Oh mein Gott, Jana, das ist richtig schlimm. Oh mein Gott. Du kannst dich dann richtig raffen immer. Und dann machst du das so durchs Lachen. Ja. Ich muss dabei halt auch lachen. Aber man sieht das halt nicht, wenn mein Gesicht eh schon so ist. Ey, das ist so gruselig. Man erkennt ihr Gesicht nicht wieder einfach. Oh, ich hasse das über alles. Hidden Talent. Und Leute, ihr wisst, wir haben immer GNTM geguckt. Das um 23 Uhr zu Ende. Geisterstunde. Alle schon ab. Da haben wir noch Red danach geguckt. Das war noch später. Ja, ja. Und Jana muss immer Geist-Gin werden. Ich habe so Angst davor. Ja, das war's. Fällt dir was bei der ein? Wir haben schon die schlimmsten Sachen aufgezählt. Ich dachte, meine Red Flag ist nicht antworten. Weil ich antworte nie Leuten. Aber euch antwortet halt. Uns antwortet du immer. Ja, offensichtlich. Weil ihr auch. Also ich mag euch halt voll gerne. Wen antwortest du nicht? Wen magst du nicht? Ich antworte auch manchmal Leuten nicht, die ich nicht, also die ich auch richtig gerne mag. Aber es ist halt, wenn ich so einen stressigen Tag habe und dann weiß ich, dass die mir geschrieben haben und denke mir, okay, ich antworte später und ich archivea immer alle meine Chats, außer die, die ich noch nicht beantwortet habe. Und dann, ähm, genau. Und dann, aber antworte ich da einfach trotzdem nicht, auch wenn ich Zeit habe. Antwortet sie euch beiden manchmal nicht? Ja, aber die auch. Also Bella nicht so doll, aber Bella hatte auch ihre Phase, aber Baha auch. Heftig. Red Flag auf jeden Fall. Ja, aber ich habe nicht so viele Red Flags. Hast du echt nicht. Ich bin einfach ich. Ja. Perfekt. Ja. Faros Red Flag ist, dass sie aus allem eine unangenehme Situation macht, auch wenn es nicht unangenehm ist. Oh mein Gott, ich rette jede unangenehme Situation. Ja, aber nein, nein, nein. Facts. Machst du, wenn wir mit neun Leuten sind oder so, kannst du es so heftig gut machen. Bei Gott. Und ich will dann auch in dem Moment sterben und kann trotzdem kommen. Ja, du kannst es richtig gut machen. Ja, dann wird dann rot. Ich werde rot. Aber wenn ich irgendwie was Cringes gemacht habe und dann sagt sie das richtig laut, damit auch die anderen das alle hören. Du machst das. Ja, ich mache das auch. Ja, Jana macht das. Aber du machst das auch. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, du Hexe. Ich erweitere gleich deine Red Flag. Ich kann in einem Raum voller Leute sein, meine wichtigste Prüfung, Präsentation in meinem Leben halten und ich habe einen kleinen Sprachfehler. Jana schreit diesen Sprachfehler so lange und so oft, bis das jeder gehört hat. Das hast du gerade bei Edge auch gemacht. Was habe ich gemacht? Irgendeinen Sprachfehler von ihr. Komm, wie sich Sachen ausdenken. Red Flag. Und du meinst, wir werden es ja sehen. Ich glaube, das war vor der Aufnahme. Und da meinte Farus, oh mein Gott, warum bin ich gerade zum Arschloch? Nein. Oh mein Gott, hast du geträumt, Mädchen? Red Flag, Halluzination. Ich hoffe alles. Ja, stopp, meinte ich ehrlich. Ehrlich? Ja, ja. Bin gerade Timianer wieder, sorry. Danke. Ja. Sonst habe ich keine Red Flags. Perfekt. Keine habe ich nicht. Du hast irgendwie... Oh mein Gott, Leute, solche allergrößte Red Flag, ne? Was mir am meisten Kopfschmerzen macht. Ich müsste eigentlich dafür bezahlt werden, bei Gott. Nee, ich habe auch noch eine Red Flag von ihr, aber egal. Leute, Faru ist so ein Mensch. Bin ich nicht. Sie hat in ihrem Kopf, in ihrem Körper einen Knacks. Irgendjemand hat ihr als Kind bei ihrer Geburt so einen Chip, irgendeinen Virus reingepflanzt. Dieses Mädchen, sie ist so besessen, darauf so anders zu sein, einfach. Manchmal, sie sieht die hässlichsten Sachen, ne? Die hässlichsten Sachen. Und dann sagt sie so, auf Ernst, ne? Bei Gott, nicht aus Spaß, sie sagt auf Ernst so, oh mein Gott, das ist so mein Vibe, oder? Oh mein Gott, ich muss das jetzt haben. Oh mein Gott, das ist so schön. Und dann sagt sie das Hässlichste, was man so im Leben gesehen hat. Und bei Gott, Faru, guck mal, wie schön sie gerade aussieht, ne? Wie schön sie sich gerade aussieht. Für die, die gerade nicht zugucken, wie schön sie sich gerade aussieht. Guck mal, so mit sauberen Nägeln und so. Endlich. Und mit so hübschen Lippen und so Lashes. Einfach ganz so normal. Warum hast du gerade alles, außer meine Nase aufgezählt hat? Nein, also einfach so kein Schnickschnack, nix. So ganz Dings, da schmucke. Der kommt zum Punkt jetzt. Das ist deine Red Flame, kann sich zum Punkt kommen. Oh mein Gott, wir rosten gleich noch weiter. Erzähl es mal zu Ende. Auf jeden Fall, und dann, manchmal ist sie so ein... Manchmal will sie so einfach so... Ich will jetzt keine Beispiele geben, weil ich will jetzt nicht irgendjemanden so Dings machen. Aber manchmal macht sie so richtig hässliche Sachen, irgendwas an ihrem Make-Up oder irgendwas. Und dann sagt sie so, oh mein Gott, das sieht so schön aus. Das sieht halt so hässlich aus. Nein, ich finde, wenn Frau ihr Make-Up so mal anders macht, finde ich das immer richtig geil. Also meinte, als ich mir ein Fake-Pony und Fake-Pierce-Nix bestritte. Ja, okay, das ist peinlich. Da habe ich das benutzt, ne, und am Anfang alle lachen sich so, haha, lach mit. Auf einmal habe ich so, bock das nicht, oh nochmal. Ich will mich immer selber davon überzeugen, dass das so High-Fashion ist. Ich fand aber deine gebleechten Augenbrauen, fand ich das, soll ich gerade sagen. Sie hat mich auf Ernst, sie hat auf Ernst angerufen, sie hat gesagt, oh mein Gott, sieht das nicht voll gut aus. War das ein bisschen Bella Hadid? Das war richtig geil aus. Oh mein Gott, ey, du bist halt so ein Fake-Friend. Nein, ich meine das komplett ernst. Wir haben diese Videos vor zwei Tagen noch geguckt. Ich habe mir das auch letztens angeguckt, das war so hässlich. Du hast dann die Videos runtergenommen, ne? Das ist hässlich aus. Ja, manchmal auf Dings. Sie wollte mal Dings, auf Ernst, auf Ernst, ne, sie war schon kurz auf der Termine zu machen, Hello Kitty Tattoo. Auch noch wo, wo man das sehen kann. Nee, das ist ein bisschen doll. Keine Ahnung, manchmal, ich bin ehrlich, Edge und Maria unterdrücken auch diese Seite in mir. Wenn ich nicht mit dem Freunde, würde ich jetzt ganz anders aussehen. Oh Gott, grübsch, Gott sei Dank, ne? Hätte halt jetzt Zeit, Gott, auf den dann so fängt's. Hätte sie halt, ehrlich, sie hätte halt Zeit, nein, ich sag nichts. Nein, auf den jeder soll ja machen, was er will. Ja, aber bei ihr würde, also das ist sie halt nicht. Aber Edge findet diesen Basic-Style halt schön an mir. Ja, das steht dir auch am meisten. So scheiße. Das ist halt so fies eigentlich, ne? Also ich finde das toll, wenn du dich individuell schminkst. Mich auslebst, danke. Und wenn du dich auslebst, wenn du deine Augenbrauen bleascht, wenn du deine Haare mal blau färbst. Ja, sie hat immer blaue Haare. Ja. Sie sagt halt alle zwei Werktage, danke, dass es euch gibt, sonst wäre ich halt, würde ich halt so hässlich aussehen. Ich sag dich hässlich. Ich glaube, wie sie mich mitcanceln würde. Nur mal sie. Ja. Nein, also hässlich an ihr, ne, jeder kann machen, dass er sie will. Ne, aber noch eine Red Flag von Faro ist... Warum ist gerade Roast und Bettel? Ne, wirklich. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schlimm. Zwei Sachen haben aber miteinander zu tun. Wenn ich sie anrufe, sie geht nie ran. Ja. Aber sie sieht es. Ich weiß ganz genau, sie sieht es. Und noch schlimmer ist, sie schickt, also Faro ist so eine, sie schickt halt immer so Snaps, so Lebensupdate. Ich liebe es, ich gucke es mir immer an. Aber dann sagt sie so, oh mein Gott, Leute, so ein Problem, meine Freunde gehen nicht ran. Ich, ihre Freundin, wurde nicht angerufen. Ich habe drei Leute, die ich anrufe. Ja, du rufst Edje, Marie und... Meine Mutter. Deine Mutter. Gila ist ja jetzt weg. Shoutout an Gila. Die kann ich nicht mehr anrufen. Aber ja, jetzt habe ich drei Leute. Sie kann sie nicht mehr anrufen. Sie macht Auslandsjahr in Gran Canaria. Und sie hat kein Handy. Nein, sie arbeitet da sehr viel. Okay. Warum machst du sie jetzt fertig hier in der Öffentlichkeit? Hey, ist doch eine Zeitverschiebung. Kann ich nicht Ersatzverkehr sein kurz? Okay. Ich telefoniere auch gerne mit dir. Mit dir telefonieren macht richtig Spaß. Gestern haben wir auch telefoniert. Wann hast du mich das jetzt immer angerufen? Da bin ich rangegangen. Ich habe dich in letzter Zeit immer angerufen. Ja, als du, du hast einen Snap geschickt, hast du dich fertig gemacht und dann habe ich dir eine drei Minuten Memo geschickt, weil du nicht rangegangen bist. Ich muss reizen. Aber jetzt gehe ich immer rum. Rose Battle abgeschlossen. Okay. Wollen wir von Red Flags weitergehen oder wollt ihr noch darüber reden? Wir können weitermachen jetzt, oder? Okay. Finde ich auch. Ich auch. Ja. Wir wollten doch auch irgendwie über das Thema reden, wenn verschiedene Frauen generell auf Social Media oder so Stars so gegeneinander gestellt werden und was das so mit der Gesellschaft macht. Weil ich finde das zum Beispiel richtig schlimm mit Selina Gomez und Hailey Bieber, was da so abgegangen ist. Ich finde das jetzt super toll, dass sich das jetzt alles geklärt hat. Aber ich mag das nicht, wenn Leute sagen, bist du Team Hailey oder bist du Team Selina? Diese Teams, es nervt mich. Weil es hat gar nichts mit uns zu tun. Das eh. Und ich fand bei Hailey und Selina war das das perfekte Paradebeispiel dafür, wenn Frauen gar nicht wirklich miteinander ein Problem haben, aber Leute das Problem so darstellen. Und das ist so oft, ich hab das Gefühl immer, es wird immer gesagt, ja Jungs, die sind nach einem Tag wieder Bros und so, da ist alles gegessen. Oh, Entschuldigung. Frauen zicken sich so an, aber machen wir gar nicht. Das ist gar nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, aber so. Also ich glaub, dieser Konkurrenzkampf wird voll oft so von außen so dargestellt, obwohl, ja, wisst ihr noch, Bibi und Dagi. Und die haben, die wollen das immer verglichen. Ja, das ist so krass. Das wird einfach so von außen immer gemacht. Das ist auch so, aber allgemein so eine Sache mit Social Media, also vor allem TikTok. Also seitdem ich TikTok habe, das ist so, die Leute auf TikTok, vor allem so in den Kommentaren und so, das sind so Leute, ich schwöre, man merkt, das sind so, die haben kein eigenes Leben. Ja, und die verbringen den ganzen Tag damit so, oh mein Gott, der hat das gesagt, oh mein Gott. Weil diese ganzen Hayley und Selina Sachen, das ist original, also keiner von denen hat so öffentlich irgendwie so Statements gedreht oder so oder irgendwas gesagt, sondern die Leute haben sich irgendwas zusammengedichtet, irgendwelche Paparazzi-Fotos da zusammen, also wo zum Beispiel Hayley voll böse dargestellt wird oder wo Selina irgendwie voll böse dargestellt wird. Und alles wurde so zusammengeschüttet, sodass das passt. Und dann waren da diese Leute, die sowieso, diese Dingsleute, die so Frust haben, keine Ahnung, die dann so direkt auf sowas drauf springen. Ja. Und so ist diese Sache so groß geworden, weil... Und die suchen aber immer, also die Leute, die das dann so darstellen, suchen halt immer die Probleme und das ist mir voll aufgefallen und ich weiß auch, dass es bestimmt jedem anderen auch aufgefallen ist, immer in Frauen. Was ist mit Justin? Warum bekommt er kein Hate dafür, dass er anscheinend zwei Girlfriends gleichzeitig hatte? Also am Ende des Tages ist es doch so, die Person, die in einer Beziehung ist mit zwei Leuten gleichzeitig, die ist doch eigentlich schuld. Und er hätte doch auch... Also die waren ja, also am Ende, das hat sich ja auch rausgeklärt, die waren ja nicht gleichzeitig irgendwie zusammen oder so, aber egal, erzähl. Aber er hatte auf den... Also er hat ja Hayley geheiratet. Also er kann doch mal einmal so mäßig, also sich einmal hinsetzen und sagen, so Leute, was labert ihr und so, das ist meine Frau und so voll respektlos. So ich habe sie geheiratet und so und ich habe nichts mit Celina und also... Ja. Ich glaube, viele so Stars sind halt voll gemedia-trained worden, dass die auf nichts eingehen sollen. Bekommt ihr das gerade irgendwie mit auf TikTok, weil wir jetzt von TikTok sind? Ja, immer. Das ist doch immer sowas. Ja, zum Beispiel halt auch, als Bibi und Julian nicht mehr zusammen waren. Das sind ja auch mit Tanja und Bibi. Was redest du? Ich höre das zum Ersten. Leute, wir mussten gerade was rausschneiden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da war ja auch... Also über Julian hat ja schon wieder niemand geredet. Über Julienko. Julienko? Ja. Ja, obwohl viele haben aber auch gesagt, dass er sie betrogen hätte. Und dann hat er klargestellt, er hat sie nicht betrogen. Hat er genauso gesagt. Oh nein, ja, nee. Aber davor haben halt alle gesagt, dass sie ihn betrübt. Ja, Bibi-Roast ging echt schon lange. So, ey, das war echt schlimm. Ey, stell dir mal vor, du bist so... Du machst gerade eine Trennung von einer Beziehung über zehn Jahre durch. Mit zwei Kindern. Mit zwei Kindern. Und du... Also die haben sich ja alles geteilt. So, wenn man einen Job nochmal teilt, das ist so nochmal krass, ne? So einfach... Dein ganzes Leben ist so Dings. Und dann so, du willst so ein bisschen dich zurückziehen und so. Und du hast vielleicht jemanden neuen kennengelernt. Und dann einfach ganzes Internet stellt dich so als Hexe da. Ey, das ist so schlimm. Ja. Und dann haben die auch zum Beispiel so diese Tanja so fertig gemacht. Und so, mh, siehst so, mh, siehst so und so. Und dann Catfish und sowas, ey. Ja, also so richtig, so voll ohne Tunis. Und jetzt siehst du doch voll die Süße, auf denen sie... Also ich kenne sie jetzt nicht. Ich verfolge die jetzt auch nicht so doll. Aber ich zeige halt immer so Videos und so, wo sie so... Sich so um die Kinder kümmert und so. Und die sind halt alle glücklich. So, was juckt dich das? Warum musst du jetzt so ein Ding daraus machen? Ja, ich finde das auch voll schrecklich. Generell, aber die wurden ja die ganze Zeit verglichen. Auch, es wurde ja so gesagt, so von Opel zu Ferrari oder so. Oh mein Gott. Das fand ich richtig schön. Und merkt ihr, wie Julienko und, heißt der Timothy? Ja. Die wurden nie verglichen. Ja. Keiner hat das so richtig gesagt. Und das war relativ so gleich, dass die beiden neuen Partner hatten. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber warum wird dann nur das eine Geschlecht so die ganze Zeit verglichen? Das ist schon heftig. Und das fällt auch auf. Ja, ich finde das auch echt... Ist nicht so mein Vibe. Nicht so Beast Mode auf jeden Fall. Nicht so der Beast Mode. Aber generell Social Media, also so Hate in Social Media, ist ja auch richtig doll. Weil also so generell, wir haben ja, ich glaube, das haben wir auch gestern drüber geredet, dass wir auch ein bisschen über so die Kontra-Seite von Social Media reden wollten. Und wie das ist, wenn man dann sich dann doch traut, Videos zu posten und dann so die ersten so Hate-Kommentare bekommt. Hast du schon mal Hate-Kommentare bekommen bei dir? Ja, also ich weiß noch da, also wo ich angefangen habe mit TikTok, das war direkt an Ramadan. Und dann habe ich so, auch so Livestreams, also live auf TikTok. Oder warum war das gerade peinlich zu sagen? Livestream. Livestream. Das klingt so komisch gerade. Auf jeden Fall habe ich immer so Live-Videos gemacht. Und Live-Videos sind ja nochmal so, ich werde es nicht schwer sagen, aber das nochmal mehr so Dings, weil da kann man nichts rausschneiden. Und da muss man sich nochmal extra raffen und aufpassen, dass man jetzt nicht so, ne? Und da habe ich dann auch, zum Beispiel, da habe ich was gesagt, was man so, da habe ich dann auch über Religion und so geredet. Und erstens, Religion ist eine Sache, da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Also da, es ist normal, dass ich was sage und der was anderes sagt oder was anderes denkt. Und ich habe auch einfach so Sachen gesagt, die man vielleicht nicht direkt verstanden hat von dem, wie ich das gesagt habe. So ist ja normal, so verstehe es vielleicht nicht, wie ich das... Und generell, wenn man neu mit Social Media ist, dann weiß man noch nicht, was man nicht sagen soll. Ja, also ich habe halt ganz normal geredet, wie mein Freund oder so, die verstehen halt, was ich so meine. Und dann habe ich so einmal was gesagt und dann haben auch so Leute geschrieben, so, also sie geschrieben so, ne, das stimmt nicht und so, verbreite keine falschen Informationen und so. Und dann sind es halt auch oft einfach Mädels und ich frage mich halt so, wieso? Ja, wir müssen eigentlich im selben Team spielen. Ja. Das kommt gerade so fake rüber. So viel ist fake in diesem Podcast, Leute. Einfach einmal hinter die Kulissen. Ja, genau. Schätzt man sich dann nicht, also... Frage ich mich auch. Die schreiben dann so Sachen, weil das ist ja auch so, bei Gott, ich bin, also wenn ich so mit Menschen bin und so, ich passe richtig auf, wie ich rede und so, weil ich möchte, ich bin einfach kein schlechter, also ich will einfach nicht, dass Leute so... Verletzt wegen mir sind. Oder nicht mit mir so sein wollen oder so, mich so gemein finden oder so. Ja. Und das sind einfach so Leute, die sagen einfach, sagen so, warum, so fühlst du dich dann besser, weil, weil ich, also ich fühle mich, also man fühlt sich doch schlecht, wenn man so merkt, okay, ich sag gerade was Gemeines, was diese Person verletzen könnte. Das Ding ist, also das ist jetzt wirklich, ich glaube, das habe ich nicht öffentlich gesagt mal, aber ich war, bevor ich Social Media selber richtig gemacht habe, war ich auch eine Haterin. Ich hatte kein Leben. Ich war richtig unzufrieden mit mir selber. Ich mochte mich selber nicht. Ich war, ich hatte nicht so krass viele Freunde. Ich habe meine ganze, meine ganze Zeit, die ich hatte, habe ich vor meinem Handy verbracht und ich habe wirklich Hate-Kommentare geschrieben unter Videos von Influencers. Und jetzt, wenn ich Sachen sehe, die mich halt nicht so jucken, ich skippe einfach. Ich gucke mir das doch nicht an. So meine Zeit ist mir viel zu wichtig und ich glaube, diese Menschen, die sowas kommentieren, sind halt noch nicht an so einem Punkt, wo es denen halt nicht, also wo es denen halt jetzt unwichtig geworden ist. Und die sind doch nicht in der Position, wie du so, ich glaube, wir würden niemals jetzt ein Hate-Kommentar mir verfassen. Sowieso nicht. Weil erstens unnötig. Ich habe letztens bei Dieter Bohlen, aber sonst sowieso nicht. Und zweitens, wir waren selber in der Position. Das sind so Leute, die posten selber nicht, die sind das nicht gewohnt, die kriegen keine fiesen Kommentare auf der Straße und dann... Aber trotzdem sollte man das nicht machen und ich war damals einfach so unzufrieden mit mir selber und ich weiß es jetzt und das ist so krass für mich, deswegen kann ich Leute verstehen, die sowas kommentieren. Jetzt, wenn ich sowas sehe, ich denke mir so, oh Gott, die Arme, auf den ihr geht es ja gar nicht gut. Weil das Ding ist so, nachdem ich damals sowas kommentiert habe, mir ging es besser. Ganz komisch. Ich glaube, das ist auch einfach, weil, wie gesagt, die haben kein Leben, die haben wirklich kein Leben. Und das ist einfach, die müssen so, die denken dann so, oh mein Gott, so, die denken sich dann auch so, oh mein Gott, jeder feiert sie und ich habe sie durchschaut. Ja, ja, oh, oh, oh. Und ich muss das jetzt schreiben, weil ich, damit ich so überlegen bin und so, niemand, niemand versteht, wie scheiße sie ist. Und dann bekommen die Likes auf deren Kommentar und das erfüllt die. Ja, das ist so. Und das ist deren Leben. Deren Leben ist einfach Social Media. Ja, das ist so vertraut. Ich will die selber ja nichts darauf posten, aber das ist ganz komisch. Oder Leute, die sich extra Accounts erstellen und zählen. Ey, das, ey, also wirklich, wenn ihr das macht, ist das halt echt. Ich habe mein Gesicht da gezeigt, ne, ich hatte Videos online. Ja, aber das ist halt unnormal, unangenehm, wenn man sich extra ein Account macht. Ich finde es auch nicht traut. Das ist immer so unangenehm. Weil mir, also, wenn man so Insta-DMs bekommt mit so Hate, also, wenn ich, das sind immer, also, immer so Accounts, ja, Fake-Accounts. Ne, ich finde das, meiner Meinung nach, ich finde das besser, wenn ich Hate-Kommentare von Leuten bekomme, die keinen Account, also, wo ein Fake-Account ist, wo deren echtes Gesicht nicht ist. Ja, dann ist das immer so, so auf den, so wie so Opfer. So die Armen. Und wenn ich das dann sehe und das ist dann auch noch ein hübsches Mädchen, denke ich mir so, Alter, musst du nicht sein, so dieses so. Also, Mausi. Ich habe früher mal auf Snapchat Julian Bam Videos geschickt. So Snaps. Er hat sie nicht geöffnet. Ich habe früher die Nummer von Shirin David gegoogelt und sie die ganze Zeit angerufen. War nicht ihre Nummer. Und auch von K1. Ich habe ihn die ganze Zeit auf WhatsApp geschrieben. Das Profilwirt war auch K1, aber ich glaube, er war das nicht. Ich war einmal, als ich jünger war, vor so Leuten, vor denen ich so Respekt hatte, die waren so cool. Und auf meinem Zettel stand K1 und ich meinte, was heißt Kajone? Das war echt Reality-Check. Ich wusste nicht mehr, wer K1 war, aber meine Freundin hat mir die Nummer weitergeleitet. Und dann war ich so, ja, okay, er ist berühmt, ich schreibe den mal. Das war seine echte Nummer. Nee, nee. Achso, aber war K1 vor, also, bevor wir so bis, vor uns bekannt? Weil ich kenne, weil ich kenne. K1 hat damals mit Bushido gechillt. Ja, dann waren wir da noch klein, ne? Ja, ja, wir waren dann noch jünger. Ja, ich glaube, ich, das war echt, also elf oder zwölf. Also, ich kenne die, aber auf denen ich die gar nicht mitbekomme. Ein Lied von K1 ballert unnormal. Welches? Welches? Ist das dieses? Senorita, unnormal. Ist das denn von Pietro Lombardi? Scheiße. Ist das phänomenal? Haben wir gerade phänomenal gesungen? Nein. Aber das ist auch von Pietro Lombardi. Warte mal jetzt. Oh, eben noch. K1. Ja, doch, das ist sein Lied. Doch, Senorita. Aber macht, hat Pietro ein Vieh? Ah, Pietro ist noch mit drauf. Seht ihr, Leute, ich kenne mich auch. Guck mal, die Lyrics. Du hast ihn gar nicht nötig, diesen Scheiß-Hunde-Filter. Lyrisches Meisterwerk. Nice wie Kendall oder Kylie, mein Lieblingslied. Was war eure krasseste Lüge? In unserem Leben. In eurem Leben. Habt ihr oder eine Person einmal angelogen oder eure Eltern? Ja, immer. Beides. Ja, nee, aber. Oh mein, ich hab doch früher Dings gemacht. Also, ganz am Anfang, wo ich so TikTok, wo ich immer live war. Da bin ich immer mit random live. Ja, da hast du gesagt, du hast Kinder und so. Bist du eine leidenssie de Mutter. Jetzt älte Lügen, dass die Verlobung hat. Nächste Woche. Die kann ich auch. Dann hab ich doch immer Dings auf YouTube, so Babygeschrei aufgemacht. Sorry, ich muss kurz mein Kind essen. Mama, Rolle durchgezogen. Aber die haben das noch, also sorry, aber wenn die das glauben, dann selber schuld. Ich war immer in den Kommentaren. Ich hab dann auch immer irgendwas geschrieben. Ich meinte irgendwie, Edge ist meine Tante oder sowas. Ich weiß nicht, was meine krasseste Lüge war. Also, ich kann das jetzt nicht sagen. Hä? Sagt und mir Katzen. Fällt dir was bei mir ein? Ich überlege auch gerade bei euch. Deine krasseste Lüge. Fällt dir was ein? Don't you dare. Ach nein. Ja, mir fällt auch nicht. Nee, mir fällt aber auch nicht, du kommunizierst ziemlich offen. Also, das Ding ist, es gibt keine so krasse Lügen, die was ändert irgendwie. Wir lügen einfach sowas, Joke. Ja, ich meinte in der Grundschule immer, dass ich schon Cappuccino trinken darf. Nein. Ich wusste damals nicht, was ein Cappuccino ist. Und ich dachte, Cappuccino ist, also ich hab mir das immer vorgestellt, wie ich Cappuccino, also ich hab mir das immer vorgestellt, falls mich jemand fragt, dass ich eine Story hab, wo ich das trinke. Und ich hab mir dann immer so eine Bar vorgestellt. So No. Wo ich dann in so einer Bar sitze und dann so einen Cocktail trinke, weil ich nie wusste, was ein Cappuccino ist. Ich hab immer gelogen, dass ich um 5 Uhr morgens jeden Morgen aufstehe. Ich war halt 7 Jahre alt, wenn ich nur um 8 Uhr oder so aufstehe. Ich hab mir immer gelogen. Ich meinte immer, meine Eltern juckt das gar nicht. Ich darf mal bis 1 Uhr wach bleiben, obwohl ich halt aus eigenem Wille, weil ich halt nicht wach bleiben kann. Warum hab ich immer die Wahrheit gesagt? Ich war so ein Truth-Teller. Ich meinte auch immer, wir haben meine Playstations aus. Obwohl ich nicht mehr, also ich spiel nicht mehr, aber auf denen einfach das war so. Ja, okay, ich hab auch einmal gelungen, in einem Freundebuch hab ich geschrieben, ich möchte Fußballerin werden. Mich juckt Fußball. Oh mein Gott, ich hab immer gelungen, dass ich reite. Also als Hobby. Und ich hab nicht geritten. Ja, nee. Aber das war halt cool damals. Reiten war schon cool. Ich find's immer noch cool. TV, Jana. Red Flag Liste. Spaß, wir haben hier sogar eine. Alina reitet hier. Ehrlich? Ich liebe Pferde. Ihr Pferde heißt Vanessa mit W. Ehh. Spaß. Ehrlich? Ist echt gottlos. Wer kommt darauf? Jana mit I-A. I-A-N-A. Okay. Wir hatten noch Dreier-Freundschaften als Thema. Wollen wir darüber reden? Das ist, glaub ich, ganz cool. Glaubt ihr an Dreier-Freundschaften? Ob wir daran glauben? Nee, Mann. Existiert nicht. Das ist unecht. Warte ich schon mal in einer Dreier-Freundschaft, die... Man sagt ja immer, drei ist einer zu viel. Hattet ihr schon mal so ein Szenario? So nennen wir diese Folge. Hatten wir ein Szenario. Safe. Aber ich... Wo ihr ausgeschlossen wurdet? Ja, Junge, ich wurde immer ausgeschlossen. Oh, Baby. Aber halt... Ich weiß nicht, ob das eine Dreier-Freundschaft war oder einfach so eine Gruppenfreundschaft. Wie viele wart ihr denn? Fünf. Das war's ne Fünf. Was denkst du für Dreier-Freundschaften? Das ist, drei Leute sind die alle. Warum fragst du denn? Ja, weil du gesagt hast, ich weiß nicht genau, ob das... Ey, ich muss echt dringend auf Klo. Ich auch. Weil wir auf Klo gehen. Können wir uns dann noch einmal die Lippen glossen? Ja, wir gehen kurz auf Klo. Wir sind gleich wieder da. Kleon her. Jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, trage ich ja immer diese wunderschöne Kette. Die ist von Pandora. Ich habe ja auch immer... Also meine ganzen Armbänder sind auch von Pandora. Wir ignorieren meinen Zopfgummi. Aber alles, was ich trage, ist von Pandora. Meine Ohrringe auch, okay? Und deswegen finde ich das auch immer richtig cool, wenn ich dann mit Pandora zusammenarbeite. Weil ich arbeite bestimmt jetzt schon seit über einem Jahr mit denen zusammen. Und es ist wirklich unfassbar toll. Und ich finde Pandora generell toll. Und die waren so unfassbar lieb und haben für meine Zuschauer beziehungsweise meine Gäste, die heute live zuschauen beim Podcast, jeweils mir auch genau diese Kette, die ich wirklich 24-7 trage, zur Verfügung gestellt. Und fünf von denen haben dann halt eine Kette bekommen. Und hier seht ihr die. Das ist die Kette. Die ist wunderschön. Ich liebe die wirklich über alles. Und ich bin so unfassbar froh, dass ich das auch mit euch teilen kann. Ich habe ja auch schon einmal eine Verlosung mit Pandora gemacht und habe diese Kette verlost. Und da ist es halt auch schon so toll angekommen, weil dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so Influencer-Werbungen für irgendwas machen. Und dann sieht man das so das allererste Mal so, woher kommt das jetzt? Aber mir war das ja so, ich habe sowieso immer die Kette getragen. Und deswegen macht das ja Sinn. Und ich finde, wenn eine Marke zu mir passt, dann finde ich, ist das Pandora, oder? Ja, safe, das ist die Kette echt. Und Jana redet oft über die Kette. Die Kette ist einfach ich, würde ich sagen. Und was ich halt auch richtig toll an Pandora finde, ist, dass die ja richtig, richtig coole Events machen. Ich war ja letztes Jahr auf Ibiza. Ich will jetzt echt ungern angeben. Aber Jane Smith war da und hat da performt. Ella May hat performt. Und da war auch Edison Ray mit ihrer Familie. Und das war so cool. Ich finde das voll krass, weil bei Events ist das ja oft so, dass man ist da einfach und oft macht es nicht so heftig Spaß. Es gibt da so zwei Essen und so und man isst da dann, aber es gibt nicht so wirklich viel zu tun. Aber bei Pandora gab es zum Beispiel auch Workshops, dass wir uns dann so selber unseren Schmuck zusammengestellt haben, weil die ja auch die Pandora Mi-Kollektion haben. Und dann da konnte man irgendwelche Anhänger drauf machen und so und es war so cool. Und wir haben ganz viele Aktivitäten gemacht. Und ich finde das so unfassbar toll, wie viel Mühe sich die Marke gibt. Und deswegen werde ich die auch wirklich bis zu meinem Lebensende supporten, ohne Wenn und Aber. Also ich finde die Marke wirklich toll. Und deswegen kann ich euch wirklich ans Herz legen, falls ihr nach irgendeinem Schmuck sucht. Gerade den Silberschmuck, die haben auch ganz viel Goldschmuck, aber ich trage ja nur Silber. Ich finde den klasse. Werbung Ende. Hi Leute, wir sind wieder zurück. Hey, wir haben euch so vermisst. Wir haben eine kleine Pipi-Pause gemacht. Lippen sind geglost, Achseln sind gedeorisiert. Haben wir uns alle die Hände gewaschen? Nee, ne? Ich schon. Echt? Ich war gar nicht auf Klo. Natürlich habe ich mir die Hände gewaschen. Mein Gott, ich habe mir die Hände gewaschen. Eine Freundin von mir wascht nie die Hände. Oh, wer? Baha. Oh mein Gott. Spaß. Nur beim Feiern. Das ist ihre Regel. Sie macht immer so kurz unter Wasser. Und dann macht sie so. Oh mein Gott, exposed. Aber ich ahne das. Ich nicht. Okay. Dreierfreundschaften. Jana, glaubst du an Dreierfreundschaften? Ich glaube an Dreierfreundschaften. Also die gibt es. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt immer jemanden. Ich habe das Gefühl, dass es bei Dreierfreundschaften bestimmt immer so Leute gibt, die so denken, so oh mein Gott. Geht's dir gut? Ich habe gerade Twix gegessen. Das war eine schlechte Entscheidung. Es gibt doch immer Leute bei Dreierfreundschaften. Also ich kann nicht mir vorstellen, dass die eine Person die andere mehr mag als die andere. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Leute, einfach Tipp für Dreierfreundschaften. Beendet sie. Seid einfach nicht. Also wenn da keine Eifersucht ist. Warte, ihr habt doch eine Dreierfreundschaft. Wir sind doch auch zu dritt. Ja normal, aber ihr chillt ja eher zu dritt. Marie, Edger und Faro. Erzählt auch mal eure Erfahrungen. Leute, das ist einfach. Also unser Geheimrezept für die perfekte Dreierfreundschaft. Einfach Leute, das ist. Wir sind untereinander nicht in so einem Konkurrenzkampf. Oder wir sind untereinander nicht irgendwie. Also wir sind einfach alle miteinander richtig cool. Und da ist nicht dieses so zum Beispiel, wenn Faro und Marie alleine was machen, dass ich dann irgendwie so sage, oh mein Gott. Man schließt sich nicht extra aus oder so. Ja, ich weiß, dass die mich nicht extra ausgenaut. Also ich weiß das erstens. Und ich bin dann auch nicht so eifersüchtig oder so. Keine Ahnung, wir sind auch nicht irgendwie. Wir haben auch nicht irgendwie. Ich habe keine Geheimnisse mit Faro, die Marie nicht weiß. Und das ist auch sehr wichtig. Weil wenn man so Sachen hat, die nur zwei Leute wissen, dann ist das immer so crazy. Dann ist eine Sache, über die man nicht reden kann. Und dann ist das so unangenehm. Dann ist jemand ausgeschlossen. Einfach niemanden ausschießen. Einfach so, ihr seid so ein großer Ball. Ein Team. Aber ihr habt keine Probleme gehabt. Oder hattet ihr schon mal Probleme bei den Anfänglichkeiten? Obwohl ihr wart am Anfang nicht zu dritt. Nee, nee. Edge und ich waren zu zweit und Marie ist einfach auf einmal da gewesen. Ich finde, das Ding bei Dreierfreundschaften ist immer, stellt mal vor, zwei Leute streiten sich. Da muss eine Person eine Seite picken. Und spätestens da wird klar. Das ist immer so das Ausschlaggebende, glaube ich. Und das ist einfach nicht so klar. Zum Beispiel, das ist ja normal, wenn Freunde, vor allem wir, also wir sind ja jeden Tag, also wir sehen uns ja eigentlich fast jeden Tag. Und das ist dann ja normal, dass man so Auseinandersetzungen hat oder dass man sich wegen irgendwas streitet. Ey, habe ich hier was? Nein. Okay. Und da ist auch das Ding zum Beispiel, früher als ich noch ganz jung war an der Grundschule, da war ich auch in einer Dreierklicke. Und da war das so, dass zum Beispiel, wenn ich mit einer Streit hatte, dann war das immer so, weil wir ja noch Kinder sind, wir meinten dann immer so, ja, die Dritte, du musst jetzt eine Seite aussuchen. Du musst jetzt sagen, auf welchen Seite du bist. Und das ist halt so unnötig und das haben wir zum Beispiel null. Also wenn wir mal Streit haben, dann redet Marie mit uns beiden und sie ist dann nicht sauer auf Marie, weil sie mit mir redet. Ich bin nicht sauer auf Marie, weil sie mit Faroe redet. Also das ist auch so eine Sache, das auch so. Also einfach immer jeder mit dir so gut sein. Genau. Das ist also euer Geheimrezept. Das ist unser Geheimrezept. Aber bei uns, als wir also zum Beispiel in der Schule auch noch jeden Tag getrillt haben, da war das auch also genau dasselbe. So niemand hatte irgendwie... Vorsprung. Ja, also wir haben uns auch nicht gegenseitig, das war einfach das Ding, wir haben uns auch nicht gegenseitig ausgeschlossen. Wir hatten immer alles Dings zusammen. Facts. Deswegen hat das auch geklappt, aber das nervt halt, also wenn das immer so ist, so wenn man so, keine Ahnung, wenn dann immer jemand ist, der so extra irgendwie so in Konkurrenz ist, so oh mein Gott, ich muss mit dem besser, ich mag dem mehr, ich bin mit dem besser. Oder wenn dann der andere sagt, oh mein Gott, der hat mich extra nicht gerufen und die schließt mich aus. Und wenn man immer so aus allem so ein Ding macht, dann natürlich funktioniert das nicht. Aber wenn man einfach so entspannt ist, wenn man sich gegenseitig so auch vertrauen kann und so, dann ist das wichtig. Prinzipiell funktionieren Dreierfreundschaften auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, voll der Mythos, dass das gar nicht geht. Das hängt einfach von den Leuten ab. Ja, ich habe auch voll viele, merke ich gar nicht, also ich habe voll viele Dreierfreundesgruppen. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Also ihr. Wir? Wir? Wir. Und dann Supermelder. Mhm. Wir zu dritt. Und dann immer zum Beispiel Esra melden. Also auf denen. Schü, viele Freunde hast du. Ja, ich habe immer drei, ich kenne immer so Dreierleute. Mhm. Interessant. Ich habe zwei Vierergruppen. Hey, das ist auch krass. Das gibt es, glaube ich, nicht so oft. Einmal Four Favorites und. Ja, und einmal. Und einmal die Noho Gang. Ja. Cool. Wollen wir weitermachen mit den Zuschauerfragen? Ja, sei. Hatten wir noch extra welche? Ah, ich hatte das in die Gruppe geschickt, ne? Ja. Hey, ich will jetzt Werwürde. Nein, wir spielen. Wir spielen so nicht Werwürde. Doch, wir spielen. Also, wir haben in unsere, beziehungsweise ich habe in meine Story gestern zwei Fragesticker reingemacht. Einmal Werwürde eher fragen und dann Ja-Nein fragen, die wir im Schnelldurchlauf beantworten. Okay. Weil Ja-Nein fragen auch nicht weiter erklären, nur Ja und Nein sagen. Genau, einfach Ja-Nein sagen. Wir fangen jetzt aber mit Werwürde eher an. Werwürde als erstes Kinder bekommen? Aber warte, lass auf mich, lass auf drei sagen. Achso, sorry. Drei, zwei, eins. Älte. Sowas von. Krank. Wann willst du dein erstes Kind bekommen? Nicht so, Digga. Ich habe keinen Bock. Ich habe auch nicht so Lust. Das ist so cringe, ja. Dann muss das Kind doch immer mit dabei sein. Oh, wie nervig. Stimmt mal vor, hier in meinem Podcast gerade ein kleiner Hosenscheiß. Sie wird halt auch einen Jungen bekommen. Ja, Alter wird nur Jungs bekommen. Ich wäre jetzt schwanger. Wie fies wäre das jetzt? Das wäre halt mega sehr wenig. Okay, weiter. Wer würde eher eine offene Beziehung führen? Eins, zwei, drei, vier. Jana. Ich würde das nicht machen. Ich auch nicht. Das ist mein größter Albtraum. Weil du bist auch, du würdest dich auch am wenigsten in jemanden verlieben. Hä, oder nicht? Doch, doch. Ja, das ist okay. Doch, doch, bestimmt. Ja, schon weniger als ihr beide, weil ihr beide fucking herzlos. Ich bin nicht herzlos. Halb. Nein. Spaß, nein. Du würdest dich schon in jemanden verlieben. Irgendwann. Sie war einfach noch nie verliebt. Ja, ernst, ehrlich, noch nie vertraut. Man kann sich das so nicht, also deswegen kann man, wenn das nicht verändern, kann man sich das nicht vorstellen. Egal, aber ich würde keine offene Beziehung, Ehe, was war's? Keins von beiden. Das ist mein größter Albtraum. Weiter geht's. Ich halte am wenigsten. Ja, und dann halt Jana. Na, was habe ich jetzt mit dem Ganzen zu tun gehabt? Das passt irgendwie am meisten zu deinem Leidenschaft. Guck mal, deine Lockenroutine, Digga. Ich bin so, ich bin so, ich habe Stock im Arsch und man sieht das anhand meiner Hande. Ich habe Stock im Arsch. Ja, schon wieder. Weiter zur nächsten Frage. Was war das für eine bohne Frage? Äh, sie macht ihr Gummi raus. Aus ihrer Zahnsteine. Ja. Das ist auch noch ein Red Flag auf deiner Liste. Ja, und wo geht das Gummi jetzt hin? Wir waren gestern, Maries Otto, sie hat das einfach so auf den Boden geschmissen, als wäre das so ein Stück Gras. Nein, ich habe doch Bounty gegessen. Schneid das raus, ne, 100%. Das bleibt 100% im Video. Oh mein Gott, ich, also, ich kann euch doch anzeigen. Okay. Wer würde eher eine Woche keine Zähne putzen? Als Rihanna. Oha, aber ich würde auch mich selber sagen. Also guck mal, wenn es um irgendwas geht, dann würde ich auch meine Zähne jetzt nicht putzen. Oh mein Gott, ich kriege so einen Knacks bei sowas. Irgendwie schon entweder Edge oder ich. Ja, ich nicht. Ich hasse. Mir ist Zähneputzen so wichtig. Meine Zähne jucken dann. Ich bin auch Clean Girl Check. Ich mag das auch nicht, wenn meine Zähne Dings sind. Aber manchmal, so nach dem Club putze ich mir meine Zähne nicht. Guck mal, ich bin eher so, wenn ich bei meinen Freunden keine Zahnbürste habe, dann benutze ich eure Zahnbürste. Ja. Ja. Und ihr würdet halt lieber so nicht Zähne putzen. Ich muss halt. Ich spüre dann so meinen Mund ein bisschen aus. Jedes Mal, sie fragt mich so, hast du eine Zahnbürste? Und dann hört nie eine. Und ich sag immer so, ja, chill, ich suche eine. Ich finde eine. Dann zwei Uhr nachts, sie ist schon im Halbschlaf. Es läuft noch ein YouTube-Video, ich muss betteln und am Ende darf ich ihre benutzen. Am Ende muss ich raten, sie und ihre Brüder haben dieselbe Zahnbürste. Sie sagt so, die Neueste. Nimm einfach die Neueste. Und dann sagt, musst du raten. Ja. Kass. Wer würde eher dies und das Laden als Kleiderschrank haben und sonst nichts? 3, 2, 1, Faro. Das ist zu mein Style. Ich mag auch richtig gerne diese Dinge. Oh, das ist auch so eine Sache. Nein, das checkst du nicht. Du machst es schon wieder. Nein, ich mach das nicht schon wieder. Ich mag richtig gerne auf Dom diese Taschen, wo so Totenköpfe mit so Strass draufgemacht ist. Das ist zu mein Style. Und endlich mit mir einreden, dass ich das wieder so auf Fake und Dings mache. Doch, Leute. Ich find das cool. Oh mein Gott. Ich find das auch cool. Ja, okay, dann hol die eine. Ich schwöre bei Gott, sie wird nach 1, 2 Minuten sagen, oh mein Gott, die ist so hell. Nein. Aber ich find ehrlich, die eine, die sind das Jacke richtig geil. Die mit der französischen Bulldog auf dem Rücken, mein Gott, mein Style. Ich find die richtig heftig, aber du machst die selber runter. Ja, weil die hat jetzt so diesen Rufdomjacke. Ich find die cool. Und weil das hier mein rechter Haar ist und mich immer mobbt. Ich bin die ganze Zeit mein Romming. Nein, mein Gott. Ich schwöre die, ich find die Jacke so cool. Sie hat mich vor 2 Tagen, ich schwöre bei Gott, angerufen. Sie sagt so, oh mein Gott. Ja, ich war auch da. Ich hab das auch gehört. Ich war nicht dabei. Sie hat einen Snap geschickt, wo sie meinte so, oh mein Gott, ich musste gerade an einer wichtigen Person vorbei. Und dann war ich mit dieser, die so das Jacke. Oh mein Gott, die sieht jetzt die französische Bulldog auf meinem Rücken und so. Ich dachte, das war halt dein Style. Ja, weil du mich da reinmachst, ganz ehrlich, ich muss mich dazu gar nicht äußern. Ich meinst halt Schömer und so die Jacke. So, oh mein Gott. Ja, weiter zunächst. Warum muss man so auf einer Person rumhacken? Dreier, immer einer zu viel. Weiter geht's. Wer würde eher einen Celebrity heiraten? 3, 2, 1, 2, 1. Das wäre dann Influencer oder so. Ja, hä? Vielleicht Crowe. Was sollen wir denn kennenlernen? Ich dachte irgendwie, das passt voll zu dir, Brad Pitt. TV. Nee. Irgendwie Jana, weil sie hat die besten Chancen. Ja, wer würde eher deren Tod faken und ein neues Leben anfangen? 1, 2, 3, 4. Was? Ja, ich glaube Edge, ja. Echt? Ich habe aber auch ein bisschen. Ich würde das halt 100% irgendwann machen. Aber du würdest wiederkommen und sagen, Prank, Leute, Edge würde es durchziehen. Was redest du? Bei dir würde ich das gar nicht denken. Oder aus in ein anderes Land. Ja, also vielleicht aber nicht Tod faken, aber so auswandern oder so. Ja, aber wir reden gerade über Tod faken. Ja, also, ja. Macht aber schon eher Sinn. Ich finde, das macht Sinn bei dir. Echt? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte, du bist so voll der Familienmensch und so. Könntest gar nicht ohne die. Ja, aber ich könnte ehrlich, ehrlich, ohne so alle Leute. Oh, danke, Toma. Nee, euch würde ich ja sagen, dass ich nicht drüber bin. Stabil, das bedeutet mir viel. Dankeschön. Hier, den kleinen Kreis hier. Den würde ich einweihen. Euch natürlich auch, ne? Ähm, wer würde eher... Warte. Wer würde sich eher eine Geschichte ausdenken, nur um etwas Interessantes zu erzählen? 1, 2, 3, Jana. Hä? Edge. Schon, Edge. Irgendwie ihr beide. Ich kann das halt gut, ne? Weißt du, warum? Weil Edge erzählt einfach immer so Schnacksachen. Jana kann einfach so, um was zu erzählen, darum ging es mir gerade. Manchmal gibt es einfach nichts zu erzählen. Jana so, was magst du lieber? Hände als Füße oder Füße als Hände? So, auf den... Du willst einfach so ein Gespräch anfangen. Darum passt das. Also, der Aspekt passt halt zu dir. Ja, aber ich denke mir ja keine Geschichte aus. Du denkst dir krankes Szenarien aus. Ja. Wer würde eher aus Versehen jemanden betrügen? Aus Versehen? 3, 2, 1, Faro? Schon so. Ja, vielleicht. Wer würde eher Führerschein fünfmal wiederholen? 3, 2, 1... Ich eigentlich. Warum macht ihr mir jetzt schlechtes Ohmen? Ich hab ich gesagt. Ich hab gesagt, ich... Ja, mein Huber. Weil ich hab ja zweieinhalb Jahre gebraucht für meinen Führerschein. Ja, ich hab auch so lange. Aber du hast trotzdem... Ich werd hoffentlich nicht so lange brauchen. Du warst trotzdem schneller als ich fertig. Hast du vor mir irgendwas? Ja. Oh mein Gott. Ich weiß noch, einfach Janas Theorie-Dings ist ja abgelaufen. Und weißt du, als du das erste Mal Theorie bestanden hast, dich so ein Abgefreut ist am Bahnhof. Oder sie einfach Strafe bekommt, weil sie keine Maske getragen hat. Weil ich was getrunken habe. Da sind Kontrolleure gekommen. Es waren so fünf Kontrolleure. Die sind so alle auf mich zugekommen. Richtig. Also, die haben mich richtig eingeschüchtert. Ich war so in so einer Ecke von so einem... Ich saß da so und war so in so einer Ecke. Die kommen so Berliner Toren. Die kommen so richtig breite Männer und sagen so... Ja, Ausweis. Fahrkarte, bitte. Und ich war irgendwann... Ich war so... Wieso denn so... Weißt du, das ist Maskenpflicht, ne? Ich so... Ach so, ja. Ich hab noch grad was getrunken. Und ich hab gleichzeitig mit einer Freundin telefoniert, weil ich ihr grad erzählt hab, dass ich bestanden hab. Und dann meinte er so... Ja, aber das darfst du nicht. Ich so, wie? Ich darf nichts trinken. Und Leute, frische Luft. Es war draußen. Ja, das hab ich auch nie verstanden. Es war eine Draußen-Bahnstation. Ey, das ist schon krass. Und dann musste ich 40 Euro zahlen. Hä, 40 voll gut. Ich hab richtig angefangen zu heulen. Ich hab meinen Vater angerufen und heulen. Ich so, Papa, ich muss 40 Euro zahlen. Oh nein. Ich hab mich dann auch beschwert bei HVV, aber die hat's nicht gejuckt. Guck mal, das frag ich mich immer. Stellt mal vor, ihr werdet bei so einer Straftat erwischt. Könnt ihr nicht einfach lügen und sagen, haben die sich ausgedacht? Die haben doch keine Bodycams. Nein, aber das ist, ähm, so Beamte, wenn die schwören, die haben so ein, die haben mäßig so ein Eid, wenn die verbeamtet werden, dann glaubt man denen, also wenn man vor Gericht mit einem Polizist ist und der Polizist schwört, dann glaubt man den Polizisten. Äh, aber was, wenn ich schwör? Ja, scheiße. Ja, aber du hast ja keinen mäßig Eid vor, denkst du? Ja, normal. Aber das, ich hab halt gesagt, so Digga, das war super gruselig, da sind so fünf Männer, die standen richtig nah an mir dran, auch ohne Mindestabstand, wenn wir ganz kurz darüber reden wollen. Und ja, war voll gemein. Bisschen fies. Und meine Fahrkarte, er meinte, die hat grad Glück gehabt, du musst dir nur neu kaufen, die ging nur bis hier und so, war nur bis hier gültig, ich hab mir extra so eine Einwege, so eine Kurzstrecke-Karte gekauft. Äh, okay. Ich würd sagen, wir machen jetzt mit den Ja-Nein-Fragen weiter. Okay, da ist aber das Richtig Speed-Version. Hä, machen wir wieder auf drei? Nee. Ja. Okay. Okay. Würdet ihr einen Sugar Daddy haben wollen? Drei, zwei, eins, nein. Okay. Ich dachte, wir sagen jetzt alle Ja. Hast du Ja gesagt? Ich dachte auch, wir sagen Ja, wir haben alle Nein gesagt. Nee, weil Leute, man muss Staffel Sugar geben. Okay, mach weiter. Okay, Nutella mit Butter. Drei, zwei, eins, nein. Ihr seid so scheiße. Du bist scheiße. Oh mein Gott, das ist so eine Red Flag auch. Mögt ihr Kinder? Drei, zwei, eins, nein. Nicht für mich selber, aber so auf der Straße, so zwei Minuten angucken. Oh nee, ich find das voll nervig. Oh. Gibt es eurer Meinung nach nur zwei Geschlechter? Drei, zwei, eins, nein. 40 Euro für Gelnegel. Drei, zwei, eins, nein. Nein. Was? Meine waren 40 Euro. Meine waren auch 40 Euro, das ist Natur. Das ist gerade mein Thema. Hast du mein TikTok nicht gesehen? Doch, ich hab's gesehen. Aber ich wusste nicht, dass die 40 Euro waren. Ja, hast du mein TikTok nicht gesehen, Leute? Ich hab's gesehen, weil das mit Weiß gilt als Farbe. Ja. Oh mein Gott, da kann ich sagen. Nervonsäge. Das weiß ich schon. Vergeben. Drei, zwei, eins, nein. Bei was? Ja. Du hast vergeben? Ach so, vergeben. Ich dachte, jemandem vergeben, wenn er um Verzeihung ist. Ich hab's nicht verpasst. Was meintest du? Ich hab mir so intensiven Augen konntest. Ich war so. Ananas auf Pizza. Drei, zwei, eins, nein. Er hatte meinte, ja. Ich meinte, nein. Sie meinte, ja. Ich hab einmal aus Versehen, letztens auf einer Pizza war Ananas. Der süßliche und der salzige Geschmack, der sich mischt im Mund, passt irgendwie. Ich würd's jetzt nicht bestellen. Ja, ich mag das auch eigentlich, aber ich mag einfach Ananas. Mag Bacher Ananas Pizza? Du siehst richtig so aus. Wenn ich jetzt draußen bin, würde ich jetzt denken, oh, Pizza Hawaii jetzt ballern. So nicht. Aber wenn's ist, ich würd jetzt nicht so Würgereiz des Grauens kriegen. Ich mach's halt einfach ab von der Pizza. Ich hab's einmal gegessen und irgendwie so, mh, das war so warmes Obst. Hm, sorry. Aber Pizza Hawaii, echt tewey, weil Schinken und Ananas? Wessen Idee war das? Weiter geht's. In eine WG ziehen. Drei, zwei, eins, ja. Nein, wieso nicht? Lieber alleine wohnen. Ich bin Einzelkind, ich komm nicht klar. Du bist Einzelkind. Ja, aber ich hatte irgendwie Lust. Ja, aber ich hatte keine Geschwister und ich wollte unbedingt welche. Du wolltest keine, ne? Als Kind, aber jetzt happy and blessed. Aber wie WG, WG mit so Leuten, die du kennst. Mit Freunden? Ja. Ah. Ja, das ist okay. Ja, okay, dann die schon. Aber nicht so für Studium oder so. Ich dachte jetzt so über Ebay gefunden. Oh, nee, nee. Also das hab ich jetzt nicht mehr vorgestellt. Okay. Die Fragen sind irgendwie nicht spezifisch genug. Soll ich mal welche raussuchen? Ja, mach. Ich mach jetzt den Gypsy-Stuff, Leute. Hast du dich nachts mal heimlich rausgeschlichen? Eins, zwei, drei. Nein. Wir sind alle langweilig. Mein Gott. Wir müssen uns nicht rausschleichen. Wir haben sowas nicht nötig. Ich hatte eigentlich schon. Eins. Geht's dir gut? Eins, zwei, drei. Ja. Wir sind alle gut gelandet. Wir sind halt so süß zusammen. Oh mein Gott. Findest du Riton attraktiv? Die kann ja eine Jana beantworten, ne? Also wir wollen nicht respektlos sein. Okay. Eins, zwei, drei. Warum redest du mich? Herr Jana, nein. Das ist so, als würdest du sagen, du findest dich selber attraktiv. Ihr seht gleich aus. Zwillington. Habt ihr zu viele Likes auf den Comic-Book? Sie sehen sich ja ähnlich, ne? Ja, das meinte auch jemand zu mir. Lachgag. Habt ihr einmal wegen einem Preis gelogen, weil es euch peinlich war, dass das so teuer war? Eins, zwei, drei. Nein. Echt? Wenn habe ich gelogen, weil das so günstig war? Ich habe das nur gemacht vor meinen Eltern, weil ich irgendwie, wenn ich Freunden was zum Geburtstag schenke, dann sagen die so, 20 Euro reichen. Und ich gebe halt immer mehr als das aus und sage ich immer so, ja, 20 Euro gekostet. So was. Aber jetzt nicht so, dass ich mir selber irgendwas gekauft habe. Interessant. Ne, das sind bisschen Scandi-Fragen. Findet ihr TikTok overrated? Eins, zwei, drei. Nein. Was? Ich finde, TikTok ist die spannendste App im Moment. Insta-Reels sind so underrated. Insta-Reels sind so witzig. Die sind so lustig. Die gucken mir das immer an. Die schön lustigste. Bei Insta wird auch nicht so schnell was runtergenommen wie auf TikTok. Das ist so lachkicker. Ich habe bei Insta gesehen, wie Leute überfahren wurden und so. Ja, da sind ehrlich ein bisschen Dings auf. Aber bei TikTok kann man viel leichter so Sachen wiederfinden. So Insta, wenn das nicht geliked oder weitergeschickt ist, ist das Fake. Das ist echt scheiße. Oh Gott. Bist du schon mal vor der Polizei weggerannt? Eins, zwei, drei. Nein. Alter, wir sind so LW. Ich wurde aber letztens von der Polizei angehalten. Mit Blaulicht. Nein. Ja, oh mein Gott, warum war das? Mit Nasti. Wir waren so, also Nasti und ich, wir haben so Späßchen gemacht. Wir haben so geredet wie so alte Omas, so auf Spaß. Wir waren Feldstraße, wir waren nach dem Dom, Feldstraße und haben dann da so, einfach auf den Bus gewartet. Und dann waren wir so, oh da ist ja die Polizei, die kommt und holt uns jetzt so aus Spaß und so. Und dann sind wir dann nochmal kurz zum Kiosk gegangen, weil unser Bus kam erst in elf Minuten oder so. Wollten wir uns noch was zu snacken holen. Und dann wollten wir gerade über die Straße und wir sehen halt, haben diesen Polizeiwagen gesehen. Auf einmal, der macht Blaulicht und wir so, oh da kommt uns zu. Und dann machen die so ein U-Turn und halten genau neben uns, steigen dann so drei, vier Leute aus, sagen so, so Mädels, einmal stehen bleiben bitte, einmal euren Vor- und Nachnamen und euren Wohnort bitte. Habt ihr gegeben direkt? Ja, natürlich. What the fuck? Ich hätte gesagt, was wollen die? Also auf den? Nee. Man darf doch fragen. Ja, natürlich, aber wir waren richtig überfordert. Oh mein Gott. Wir haben ja davor so Spaß gemacht, dass sie so, äh, Anastasia und dann sagten sie so alles und ich war so, äh, okay. Und dann hab ich das auch gesagt und dann meinten die so, hat der eine so auf sein Handy geguckt, weil er hatte da irgendwie so ein Bild von irgendwelchen Namen. Und dann, ähm, meinte er, okay, sorry, tschüss. Oh mein Gott, er dachte halt, ihr seid Zuhälter. Er dachte, wir haben irgendwas gemacht. What the fuck? Ja. Ey, sowas ist so krank. Habt ihr einen Hass-Influencer? Eins, zwei, drei. Ja. Hä? Hast du nicht. Ich hasse keinen. Hast du ja gerade Nein gesagt? Ich hasse keinen. Hast du nicht Leute, die du auf TikTok so geblockt hast, weil du kannst die nicht sehen? Nee, Jana kann die nicht blocken, weil sonst kann die, die sehen das so. Ach so, stimmt. Ich drück auf nicht interessiert, wenn ich irgendwas nicht feiere. Kannst du oder konntest du mal einen Rat, also Ratschlag, eins, zwei, drei, ja, ein. Du konntest eins? Ja. What the fuck? As a child. Ich konnte das nicht. Bestimmt. Ich hab, ähm, als ich in Portugal war, einen Ratschlag-Wettbewerb gemacht. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt hab, dass ich in Portugal war. Hast du ihn gewonnen? Ja, am Anfang meinten, die Jana war besser als Nasti, aber dann haben andere Leute noch mitgemacht, und dann war ich nicht mehr die Bessere. Oh. Irgendwie denkt man, Nasti ist besser als du, ein Ratschlag. Alter. No hate. Ich hab geturnt. Ehrlich? Ja. Was? Ich kann auch Radwände. Jana ist richtig so eine, die macht so an der Wand Handstand. Oha, ich kann auch ohne Wand. Aber du bist so eine so, du bist immer an der Wand. Ich wollte halt ohne Witz, ich glaub, gestern einen Ratschlag an der Wand machen, weil die Wand so geil clean aussah an der Uni. Oh mein Gott, wie fresh. Ich hasse, ich hasse, wenn mir das passiert, wenn die Wand zu clean ist und ich dich nicht mehr beherrschen kann. Ich hab alles mal machen. Was würdest du an dir ändern, wenn du es könntest? Eins, zwei, drei, ja. Was ist das für eine Ja-Nein-Frage? Lest ihr die Beschreibung nicht? Mein Gott, da merkt man wieder Jana Nater. Ich liebe meine Follower, aber manchmal sind die ein bisschen, lesen sich das einfach nicht durch. Ich dachte gerade, du bist heftige Beleidigungen raushauen. Nee, nee. Die sind toll. Oh, Digga, Jana, die sind so langweilig. Deswegen meinte ich... Ah, nee, das ist interessant. Mit Socken schlafen. Eins, zwei, drei, ja. Weißt du, was ich mache? Darüber hab ich letztes geredet und die meinten, oh mein Gott, fuck, fuck, aber ich glaub, du machst das auch. Ja. Hört mir auch zu. Mit Socken ins Bett und dann abends, oh, irgendwie grad Hitzewelle, Socke ausziehen, perfekte Körpertemperatur, einschlaufen. Das ist es, ne? So lebt man das Leben. Eins zu eins gleich. Weißt du, beim Einschlafen braucht man erstmal so warme Füße, man muss so gemütlich sein. Genau, und dann, und dann, ich zieh die mit meinen Füßen dann auch aus. Ja, ja, genau, genau, genau. Und dann sind die dann so am nächsten Tag so am Ende voll. Ja, ja, ja. Ich vergesse die dann auch immer mit meinen Freunden. Du hast Selbstsagen von mir. Ich hab 100% Socken von dir. Danke, dass ihr da wart und so cool mit mir geredet habt. Das war eine richtig coole Folge, glaube ich, und hoffe ich. And ich auch. Ich hatte Spaß mit euch. Ich auch. Es war eine normale Unterhaltung. Heute waren auch so coole Themen. Ich war ja schon mal da, da war das mehr so Fragen und die Zuschauer haben echt coole Sachen geschrieben. Leute, schaut ihr dann euch. Ja, wirklich. Loving you so much. Loving you too. Und danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war irgendwie unterhaltsam. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewerten könntet. Egal auf welcher Plattform. Und ja, tschüss. Ah, oh mein Gott. Und ich mach eine Podcast-Pause. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge für eine Weile. Weil ich muss ein bisschen besser den Podcast planen, weil ich bin echt scheiße in sowas. Und deswegen, ja, wir sehen uns, wann auch immer wir uns sehen. In einem Monat hoffentlich. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir sehen uns. Ich keep euch updated. Love you. Ich Gregor. Ja, 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 ja.